Alter, was? Hä? Was ist los? AAAAAAAAH Wo denn? Digga, du hast Ziel, du Asch! Du Asch! Guck mal hinter dir! Guck mal hinter dir! Ich glaube das ist keine so gute Idee, Sascha. Ich glaube das ist gar keine gute Idee! Das ist gar keine gute Idee! Scheiße, scheiße, scheiße! Wie sieht dich? Was jetzt? Äääääh... Scheiße! Scheiße ja, Scheiße ja! Schrei mal! Achja? Das war... Aaaaaah! Aaaaaah! Hallo, Freunde! Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ja, heute ein weiterer Film. Und diesmal sind wir nicht in den Backrooms, sondern in den Classrooms. Ja. Holt euch was zu essen, was zu trinken. Denn jetzt gibt es die besten Stellen von Classrooms. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, Bro, bist du bereit? Wir picken einen Tate. Ich bin bereit fürs Klassenzimmer. Fürs Tutorial. Hast du schon geskript? Okay, ARC. Wir arbeiten bei ARC. Okay, Classified. Diese Dokumente sind Classified. Alter, geil, Digga, wie du es übersetzt. Grace Chen, Alter 12. Sie wird vermisst. 1996. Sie ist früher geboren als ich, aber ist jünger. Okay. Und die müssen wir jetzt suchen. Ja, scheinbar. Okay. Ah, die haben was aufgenommen und das sehen wir jetzt gleich, oder was? Alter, was? Ja, scheinbar. Oh Gott. Digga, was? Hä? Wieso ist das jetzt plötzlich nicht? Wieso wurde es kleiner? Was ist passiert, Digga? Warte. Hä? Was ist warum? Ne, ne, ne. Settings. Gameplay. Visuals. Okay. Keine Ahnung. Alter, Freunde auf Ultra. Ultra. Wegen deinem neuen PC, Sascha. Wegen deinem neuen PC. Alter, die Batterie ist fast leer. Oh ja. Guck mal oben rechts. Wenn du sprichst, da sieht man dann was. Ja? Scheiße. Schrei mal. Ne, sechs Striche ist was. Okay. Gut. Also wenn du sprichst, dann hört man uns. Interessant, Digga, ja. Dich, ja. Mich nicht, zum Glück. Zum Glück, ja. Guck, tut sich nix. Die Batterie ist fast leer. Zoom-Kamera. Rechte Maustaste. Okay. Flashlight. I need my flashlight. Ich mach's ein bisschen lauter. Okay. Das ist in Ordnung für dich? Das ist in Ordnung, ja. Okay. Wo ist das Batterie-Pack? Battery. Willst du das machen? Reload. Das Tutorial? Okay. Ja, jetzt hast du schon. Warte, ich mach an. Alter Flash. Alter, Freunde. Alter, ich dachte grad, das ist eine Person. Take Van Key. Take Van Key. Nimm den Schlüssel. Okay. Okay. Mach du weiter. 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 Alles gut, Bro. Hallo? Nee, ich will da nicht hin. Mach du weiter. Mach weiter. Geh du weiter, bitte. Mach weiter. Bitte geh weiter. Back of Van. Du musst hinten an den Van hin. Hallo? Hier ist pure Finsternis. Ich bin ganz allein. Left-Mouse-Button to unlock. Double-click to... Was? Da kommt was. Was? Double. Unlocked. Steige da rein. Du musst es da nehmen. I'll find you, Maymay. Newspaper nehmen. Also Zeitung. Tab. Da ist dein Inventar. Mystery. Mystery. Alter, was ist das für Geräusch? Deepins on Missing... So weinende Kinder, gell? Ja, ja. Also da werden Schüler vermisst. Ja. Alter. School closed early for summer. Alter. Die wurden vermisst während der Schulzeit. Und jetzt? Control. Crouch on the broken fence. Ah. Da vor dem Auto war das so ein kaputter... Genau. Und da kannst du jetzt runter durchcrouchen. Und dem seiner... Und der will die jetzt finden, oder was? Alter. Du musst den Brick nehmen. Da auf der Treppe. Und gegen das Fenster machen, um da durchzukommen. Das Fenster kaputt machen. Rechte Maustaste. Wahrscheinlich ein Fenster, oder? Nein. Ah, Dogglass. Das ist schon richtig, was du gemacht hast. Ah, Leon! Okay. Okay. Also ich hab geschrien, weil ich... Äh... Aus Wut gleich ein Fenster zerschlag. Okay. Scheiße, Bruder. Wieso geht der auch alleine da rein, ne? Enter school. Ah. Wow. Die Tür war einfach die ganze Zeit... Was war das? Die Tür war einfach die ganze Zeit schon offen. Boah, Bruder. Die Atmosphäre. Soll ich meine... Meine... Mein Mikrofon... Audio ausmachen. Wobei, Mann. Wenn ihr Bock habt, auf Panic Horn. Panic. Alter, wie dunkel es auch wieder ist. Was machst du? Heller. Ach so. Heller. Heller. Ja. Wir wissen, dass die Tür jetzt... Okay, du machst weiter. Ne, ich mach nicht weiter. Safe nicht. Ich bin auch schon... Power's off. Gotta find the breaker room. Das ist ein breaker room, Pausenraum. Keine Ahnung. Alter, ja? Das könnte echt sein. Freunde, wenn ihr auch so Englisch lernen wollt wie ich... Dann schaut... Meine Taschenlampe geht bald leer. Die Beschreibung. Unten rechts, guck mal. Ah, ich hab Batterien. Unten rechts. Ah. Digga, ich kann das nicht. Boah, ich dachte grad da... Ich dachte grad da bewegt sich was. Ich sag dir, das waren die schlimmsten eine Stunde, die wir je verbracht haben in einem... Ja, das kann echt gut sein. ...Spiel. Weil das ist, glaub ich, richtig schlimm. Ist das der breaker room? Boah, Digga, Digga. Ja, da stand Strom. Also er hat... Da musst du runter, glaub ich. Sicher? Ja, weil er hat gemeint, das Licht ist aus, ich sollte es anmachen. Ah. Also wahrscheinlich... Digga, was sind das doch für Geräusche, Digga. Also da, wo das Strom zeichnet, wo wir jetzt grad runtergehen, da solltest... Scheiße. Okay. Wo ich so kurz dunkel ist. Aber macht Sinn, ne? Bruder. Ja, komm. Versteckt sich unter... Was war das? Unter der Treppe. Ja, klar, Digga. Das ist erstes Tutorial, gell? Ganz laut. Ja, das ist erstes Tutorial, Freunde. Ihr wolltet es? There it is. Alles klar, Digga. Das sieht schon schrecklich aus. Wieso ist da so ein Licht? Das ist doch irgendwas. Was passiert jetzt? Okay, okay. War da was? Was war da? Hast du das? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin bewaffnet. Jetzt kommt so jemand hier rein, gell? Oh. Kannst du dich da drin verstecken? Ja. Scheiße. Hast du die Taschenlampe noch an? Geh mal rein. Ja. Ah, nee. Geh mal rein in den Spind. Also mach mal kurz die Spindtür zu, damit du das verstehst. Merkst du das? Mach sie mal auf. Hast du das gemerkt? Was denn? Drückst du einfach nur Linksklick? Ja, Linksklick und ziehen. Ja, gerade eben war das bei mir Spiegel verkehrt. Ich musste, um es aufzumachen, zumachen. Aber jetzt geht's. Also nach rechts ist die Tür nach rechts machen und... Nach rechts ist die Tür nach rechts machen? Ja. Und bei mir war es umgekehrt. Nach links war die Tür nach rechts machen. Weiß ich nicht. Was ist mit deiner Maus los? Guck mal, der hat auch diesen Recorder in der Hand. Ja, Mann. Wenn du in den Schatten schaust. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Was ist das für ein Knopf? Was war das? Oh, die Tür. Oh, scheiße. Ich glaube, das wird ein richtig schlimmes Spiel. Sieht aber ganz anders. Where am I? Ja, sieht ganz anders aus, als das davor. Ich höre dich, ja. Hier läuft was, Digger. Jetzt kommt er so zu dir, weil er dich hört. Okay. Freunde, ich beschreibe, was wir hier sehen. Aber wenn Sascha redet, dann kommt das Monster. Alter. Okay. Geh da doch nicht rein, Digger. Die Uhr. Ah, das ist nur eine Uhr. Ja. Alter, was sind das für Gesichter? Digger. Oh, das gibt mir... Nein! Mach an! Ich kann mir vorstellen, dass da die ganzen Kinder drin sitzen. Und die so aussehen jetzt. Nein, Digger. Wenn du es ausmachst. Hä? Kind. Scheiß Kind, Mann. Hä? Hast du nicht den Pausenraum gefunden? Was war das? Hä? Ich bin bewaffnet. Komm doch. Hör auf, hör auf. Hör doch auf, Digger. Ich bin der Stärkste. Da steht was, da steht was. Run, hide, escape. Digger, mit drei Augen. Was sind das für kranke Bilder? Hör doch auf, Mann. Ich hasse so. Komm näher. Du musst... Ich bin immer so nah dran. Nee, wenn du ganz nah hingehst, dann muss ich weit weg gehen. Hallo, Freunde. Und herzlich willkommen. Guck mal, du musst denen einfach dumme Stimmen geben. Selbst so habe ich Angst vor denen. Ja? Hör doch auf. Warum bist du so? Alter, okay, ich halte jetzt auf. Was war das, Digger? Das war nicht ich. Ja doch, das war ich. Okay. Hide, escape. Du hast das Licht wieder ausbestimmt. Nein, Bro. Scheiße. Geh wieder. Geh wieder raus, Bruder. Geh wieder. Da ist Tic-Tac-Toe, oder? Nee, get out of my head. Digger. Geh raus aus meinem Kopf. Ha. Ich bin der Lehrer, Digger. Was müssen wir denn machen? Okay, wieso ist der Stuhl umgeschmissen da eigentlich? Auf der rechten Seite. Gute Frage, Mann. War da was an der Tür? Nee, nee. Okay. Jetzt spielst du weiter. Nee, ah, ah. Battery, Flashlight, Codex. Okay, wir müssen dann sowas... Eine Kassette finden. Eine Kassette, aha. Wahrscheinlich müssen wir hier zurück. Wahrscheinlich ist es das Ende des Levels. Und wir müssen hier rein jetzt. Das ist das eigentliche Level, ja. Alles klar, Digger. Boah, das gefällt mir nicht. Ich mag das. Skrrr. Willst du so das Monster anlocken, oder was? Skrrr. Was? Stand doch was, oder? In der Ecke? Ah, ist ein Fernseher. Okay. Wieso geht es nicht an und aus, ja? Das mag mir nicht gefallen. Das mag mir nicht gefallen. Okay, du musst mehrere Kassetten finden. Das mag mir nicht. Aha. Ah. Ja, du kannst nur bewegen. Wieso kann man das werfen? Kann man Monster weglocken vielleicht damit? Es gibt übrigens ein Backrooms-Spiel, da hast du Waffen. Ich weiß, das ist auch nur Singleplayer. Das habe ich dir schon mal gezeigt. Ah, lass es mal spielen, Alter. Da kannst du die Wände zerstören und so. Batterie. Okay. Wieso? Damit ich hier drankomme an die Schubladen. Okay. Wird es ja gelohnt. Wieso? Okay, Leon. Nee. Nein. Aha, man kann die Schächte auch aufmachen. Hä? Ich habe meine Batterien einfach. Wieso hast du jetzt deine Batterien getrocknet? Du brauchst wahrscheinlich eine Brechstange oder so. Für die Schächte. Okay. Geht es weiter, oder? Ja. Weiter geht es, weiter geht es. Immer links lang. Alter. Oh, ich weiß nicht, ob du da schon lang solltest. Wie laut. Entschuldigung, Mann. Erzähl was. Nee, ich weiß nicht. Erzähl mir was. Steht da. Voice Level. Outside Speaker, Table Talk, Whisper, No Voices. Outside? Table Talk, Freunde. Check es nicht. Was will das spielen wir damit sagen? Podcast-Kanal. Table Talk? Ja. Ich kenne das. Das haben wir auch gemacht. In der Schule. Da gab es eine Ampel. Ja. Aber wenn du zu laut warst. Weißt du was? Ja, genau. Wenn du zu laut warst. Dann kriegst du Ärger. Aber es ist halt wie so outside, Digga. Müssen die dann raus, wenn es ganz laut ist. Ah. Vielleicht. Das ist so weird, Digga. Wir sind jetzt in der Schule. You are not alone. Okay, alles klar, Digga. Was ist das? Das ist ein Auge, oder? Ist das ein Auge? Ja. Okay. Wir sind jetzt in der Schule, wo die Kinder vermisst wurden, ne? Ja. Wahrscheinlich. Outside. Alter, was ist das? Okay, ich kann nicht raus. Wenn du dich umdrehst, was passiert? Okay. Wie ist es hier so dunkel? Ach, nee. Interessant. Wir müssen also hier lernen. Was war das rote da? Ein Feuerlöscher. Ja, okay. Hallo? Okay, Digga. Ich glaube, ab jetzt wird es heftig. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ab jetzt spielst du. Nee. Schau, hier zum Beispiel. Mach die Tür auf. Ah, ja. Okay. Hey, komisch. Okay. Hallo? Okay. Ich mache hier mal zu. Okay. Ja. Speak. Do not speak. Read. Write. Do not speak. Da steht nicht sprechen. Das ist eigentlich ganz geil, Digga. Wenn ich nicht reden darf oder so bei so Spielen, dann kannst du reden. Dann muss ich reden, ja. Für uns. Digga. Okay. Die bist bereit. Nee, eigentlich nicht. Die sieht ja noch normal aus. Weiß ich nicht, Bruder. Alter, was? Die sehen nicht normal aus. Der da, der verfolgt uns. Alter, das bin ich. Laufbeine hast du. Okay, geil, Digga. Sascha trainiert nämlich nur Oberkörper, weil man die Beine im Club nicht sieht. Okay, Bro. Aha. Da ist was. Codex Entry. Sollen wir mal reingucken? Die ist hier durch, ja. Okay, Digga. Scheiße, Bruder. Was heißt das alles? Malicious Entity. Okay. Also irgendeine Person, die oder eine, ja, humanoide Figur. Was? Ich finde es einfach witzig. Was findest du so witzig? Wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie gestern dein Vater gesagt hat. Ja, mit dem Geld. Das macht man nicht. Ich würde auch schon mal mit einem Messer bedrohen. Ich lache bei dir. Ach so, dass du einfach lachst. Okay, das ist eine Person oder das sieht aus, wie jemand menschlich ist. Und das ist ein brutaler Mörder. Und der läuft hier rum. Ja. Okay, bei elektrischen Sachen. Ja. Gibt es den, der Manifests, okay. Mani-Man. Das eine ist geschwärzt dort. Also fluoreszente Lichter. Ja. Da findet man den. Und noch irgendwo anders, aber das ist geschwärzt. Move of All-Source of Elimination. Was? Das ist wichtig. Wir müssen alle Elektriker, die Weißes deaktivieren. So. Including durchgestrichene Flashlights, wenn der kommt. Okay. Und wir müssen uns verstecken. And seek refuge in an area devoid of artificial lighting. Also wir müssen uns verstecken in einer, da wo es kein Licht gibt. Und was heißt priorisiere, finde ein Enrivalment. Was bedeutet das? Ja, priorisiere. So ein Versteck. So ein Versteck zu finden, ja. Okay, verstehe. Okay, Digga. Space. Also wir müssen irgendwas finden mit minimaler Elektrizität. Mhm. Also heißt, wir können uns vor dem nur verstecken in Dunkelheit. Okay. Also da, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Ja, richtig. Das ist ja scheiße, Digga. Oh nee. Oh nee, das sieht gar nicht gut aus. Janitor. Oh nee, Digga. Oh nee. Nee, wir können nicht den Van Key da benutzen. Das braucht... Okay, lass mal Schlüsse suchen. Ich gehe jetzt wieder. Ja, da sind die Schränke offen. Die Schränke sind offen. Vielleicht müssen wir uns hier verstecken. Hier können wir das Licht ausmachen. Was ist das? Was ist das für ein Raum, Digga? Ist das das Riesenzimmer? Das ist wie so ein Versteck eigentlich. Hast du das gesehen? Ja. Schau mal da. Da links. Ja, ja. Obwohl ich es auf Ultra habe, werden die Sachen später gespawnt. Hm. Okay. Die Frage ist, was... Was ist da? Die Frage... Was war das? Boah, Digga. Ich bin mir so paranoid. Ich bin mir so paranoid. Ich bin mir so paranoid. Alter, ich mach hier mal zu, okay? Ja. Die Frage ist, was... Wenn uns jetzt jemand verfolgt, ja. Ja, Fragezeichen. Auf dem Tisch. Auf dem Lehrer-Pult. Da ist eine... Da ist eine Schublade offen. Warum aber? Wenn uns das Viech jetzt ver... Ja. Du magst es gar nicht, wenn ich laute Sachen mache, gell? Ja, natürlich nicht. Ich mach gerade... So wie ein R.A. Da wurde was gesucht, also auf dem Lehrer-Pult scheinbar, oder? Da müssen wir da was hinlegen. Gute Frage, Digga. War der Schlüssel vielleicht beim Lehrer-Pult? Was war das? Aha. Aha. Gruseliges Geräusch, gell? Mhm. Warning. Dates are closer than... Safety first. Walk, walk, run. Laufen, nicht rennen. Ich glaub, das sind alles... Alter, Dicker. Wow. Was? Junge, stell dir vor. Egal, stellst du dir gar nicht vor. Okay, gehen wir weiter. Willst du das? Wir müssen, Digga. Was ist... Wir haben immer noch keinen Plan ver... War da was? Wo? Hab ich da in dem Raum gerade was gesehen, Digga? So ein kleines... Hint? Ja. Bro. Was? Ich dachte gerade, ja. Aber das ist nur... Oder? Scheiße, hier geht's weiter. Scheiße. Das ist auch... War die offen? Das ist nicht offen. Das ist nicht offen. Fluroszierendes Licht? Was heißt das? Diese Neonröhren. Ah. Entschuldigung für die Lautstärke. Okay, okay, okay. Das ist eigentlich richtig scheiß, Robert. Du mein Computer, hä? Da wird schon nix passieren, Digga. Ich dachte... Jetzt erstmal hier hin. Ja, sag's jetzt. Beruhig dich. Okay. Ja, ja. Stell dir vor, der kommt jetzt hier, sonst wäre so geil, Alter. Das wäre der geilste Clip von Deutschland. Nee, das wäre nicht geil. Und Egg-Timer. Egg-Timer? Okay. Ein Eier-Timer. Ja, warum? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir damit... Vielleicht ist ja nur eine gewisse Zeit da. Weiß ich nicht. Das hat gerade gelegt. Denk dran, wenn er da ist, musst du auch Flashlights und so ausmachen. Drück dann einfach F. Taschenrechner. Okay. Ich warte immer noch auf den Tag, wo du das spielen musst. Wir haben im letzten Video gesagt... Irgendwann, Freunde. Bei 300 Likes spiel ich mein Spiel. Bei 300 Likes? Freunde, ballert die 300 Likes hier voll. Alter, das schaffen wir. 300 Likes. Was steht da? Wo? Beim Tisch, beim Leer-Pult. Meinst du das? Today, ja. Today is a great day. Today is a great day to grasp the void. Okay. Okay, Digga. Du weißt, wohin wir jetzt gehen. Da, wo das fluoreszierende Licht blinkt. Scheiße, Bruder. Der ist hier. Was? Scheiße. 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 Was ist? Scheiße. Was denn? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Extreme Angst hab ich gerade. Das können wir doch alles. Bro, ich hab gerade irgendwie Eier flattern, aber okay. Ja, ja. Okay. Wieso kann man das anmachen? Hör auf. Das lockst du dir noch an. Okay, weiter geht's. Oh, Digga, was? Hä? Was war das? Was ist das? Was ist das? Ich glaub, er kommt, Digga. Nicht aus. Oder? Digga, meine Haare. Hallo. Kannst du den Schrank? Alter, ja. Ist da was links? Nee. Oder? Nee. Ich weiß es nicht. Was war das, Digga? Wollen wir kurz warten? Ja. Ich weiß es nicht. Bro, Alter. Junge, irgendwie, das ist anders schlimm. Das ist schlimmer als Mordtree Assistant und... Dagegen ist der Mordtree Assistant nix. Findest du? Ja. Sie sind auf einem ähnlichen Level. Digga, das ist viel schlimmer. Es ist noch nichts passiert, ne? Alter, hast du das gerade gehört? Ja, ich hab's gehört, ja. Und du sagst, es ist nichts passiert? Ja. Da hast du es schon an wie ich. Ich sag auch immer, es ist nichts passiert. Bro, das ist nur das Tutorial. Denkst du auch immer, da ist was? Ja, da links, ne? Ja, ich hab jetzt keine Angst mehr. Ja. Schauen wir noch. Wer ist da? Komm her! Die Sache ist, das könnte aus dem Schacht vielleicht kommen, ne? Vielleicht sind die deswegen in jedem Raum. Der Bro hat so viel Ding gespielt. Amnesia. Amnesia. Oh. Alter, was ist das? Glowstick. Aha. Was? Also ein Glowstick ist ja kein Artificial Light. Also das ist ja kein, das heißt wir können uns mit dem Glowstick Licht machen, ohne dass der, sieht aus wie ein Zettel, oder? Ist er weg? Ah, ne. Waffe, Breaker rum. Ja, Pausenraum. Das bin ich. Das bist du, oder? Ja. Hier ist die Kantine. Eben, diese Dinger sind in jedem. Okay, interessant. Tut mir leid, wenn ich so leise rede. Alles gut. Aber ich hab, ich will nicht zu viel reden. Was war das? Gut. Wird ich gar nicht wissen. Exit. Das ist doch so ein Prank. Ich glaub, wir sterben. Ich glaub auch. Jeder jetzt trotzdem. Reitet euch vor, Freunde. Ist nicht zu key. Ist nicht zu key, ich hab den Key. Nein, das ist nicht. Ja, was ist nicht. Das heißt, wir müssen noch weiter rein. Alter, meine Brustwarze sind grad stein. Wir brauchen jetzt zwei. Alter, geil. Soll ich rüberkommen? Nein, ich hab eins gerade tot. Vor Angst, Bruder. Nicht, weil ich geil bin. Ja, ja. Was ist da? Rechts. Ah, das ist nur ein Becken. Das ist nur ein Becken. Digga, das war grad übelst die geile Clap. Kennst du das von so alten... Dieses... War jetzt? Dieses... Diese dreckige Clap. Da ist eine Tür offen gewesen, glaub ich, ne? Das ist ne Kamera, Digga. Ne, Allah. Das ist ne Glocke. Das ist so ein... Was so klingelt dann. Boah, ich hab kein gutes Gefühl. Was ist denn das? Warte mal, wir müssen zurück jetzt. Haben wir nicht alles schon abgecheckt gerade? Ja. Scheiße, jetzt wird's scheiße. Scheiße. In nem... Vielleicht in so'n... Digga... Ja, was, Jan? Digga... Digga... Was ist mit dem offen stehenden Dings? Ist da was drin? Ne, ne, nicht hier drin. Sondern in so'nem... Spind. Ja, ich... Ich bin da drin. Okay, okay. Rechts gegenüber. Nicht links gegenüber, sondern rechts gegenüber. War so'n offener Spind. Okay. Meinst du den? Ne. Ich hab ja extra gesagt, nicht links, sondern rechts gegenüber. Vielleicht ist da was drin. Ne, scheinbar nicht, ne? Digga. Und jetzt? Als ob wir nicht in den Aufzug können. Ich hab' Angst. Ja. Spaß. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Ist nur ein Spiel, Mann. Pufft, pfft. Okay, wir gehen zurück. Was? Oh, ich dachte grad, Digga. Ich dachte grad, das zoomt auf so'n Gegner oder sowas. Digga, da müssen wir lang. Ja, da waren wir. Da müssen wir lang. Oh, Bro. Okay, okay. Alles gut, alles gut, buddy. Bum, z-bum, z-bum, z-bum. Das Pufft, das Pufft, das Pufft. Alter, Alter! Alter, was? Okay, was ist los? Ah! Oh, Digga! Woa! Oh, oh, oh! Das hab' ich gel... Oh, 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 oh! Scheiße, Bruder! Oh, 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 oh! God, oh, oh, oh! Okay, du hast vielleicht recht, dass das Spiel schlimmer ist als die anderen. Viel schlimmer alles da... Oh, Digga, ich hab' keine Tostatur. Es ist noch nicht vorbei, es ist nur auf Pause, gell? Okay, ich drücke, das war's mit dem Video. Warte mal kurz, bevor wir weitermachen. Ja, also da ist dieser Typ, der wird uns jetzt töten. Wir können nichts dagegen tun. Musst du, dass Bitcoin in den letzten 20 Stunden minus 8,43... Alter, lass dir die Länge ziehen, dass wir dich weiterspielen müssen. Das hältst du eigentlich vor. Was ist unser Plan jetzt? Rennen wir in diesen Raum ohne Licht? Nee, vergiss es, vergiss es. Wo ist der Raum ohne Licht? Da, wo du gerade herkamst, meine ich. Aber da bin ich ja. Und da ist der Typ. Der ist in dem Gang. Der ist nicht in dem Raum, wo das Kind im Bett saß. Ja, ja. Aber du meinst da, wo das Licht flackert, gell? Nein, eben nicht. Wo, wo meinst du? Du hast gerade eine Tür geöffnet, ne? Also soll ich wieder zu dem Kind? Ich weiß halt nicht, da ist halt kein Licht. Okay, bist du bereit? Nee. Hallo? Er ist weg. Okay, mach keine Taschenlampe an, Digga. Er ist weg. Sascha will nicht reden, Freunde. Weil sonst ein Mikro ausschlägt. Ah, Leon. Ah, guck mal. Wenn ich Steps mache. Hallo? Ja. Habe ich gerade gesehen auch, ja. Selbst wenn du Steps machst. Dann wird dein Mikro auch. Okay, okay, Digga. Dann wird das Mikrofon auch aktiviert. Was jetzt? Kannst du da nochmal zurück? War da noch ein Raum oder war das weg plötzlich alles? Es war einfach nur doof, wie glaubst du? Also wir müssen gleich nochmal zu dem Baby, gell? Ja. Babypum, Babypum. Alles klar, Digga. Sing ruhig, wenn es dich beruhigt. Wie früher in der Schule, Digga. Okay, ich geh dann noch mal. Schullandheim. Hier, gell? Ja. Dann rechts. Wie geht's denn hier? Alter. Wie geht's denn hier? Hallo? Digga. Oh, ich dachte gerade. Was ist das für eine kranke Scheiße, Mann? Räum dein Zimmer. Da ist ein Ball. Hör doch auf. Da ist ein Schlüssel. Oh, nein. Nein. Was? Open the janitor closet. Ja. Geh hier wieder raus. Ich hör Steps. Ja, mach das Licht aus. Das sind Baby-Steps. Scheiße. Ich stehe jetzt vor der Tür. Der ist auch noch. Wo war der janitor? Okay. Wo war das mit dem janitor? Weiß ich nicht mehr. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Du hast keine Batterie mehr gleich. Das ist ein Punkt. Doch, hab ich. Warte, lass mal kurz ganz logisch überlegen. Wo war der janitor? Wenn wir jetzt, wir kamen gerade von links. Da waren alle Türen offen, glaube ich, ne? Das Einzige, was es dort gab, war dieser Aufzug. Aber das war nicht der janitor. Wir müssen rechts lang. Jetzt rechts. Wir mussten durch die rechten Türen, ja. Das war eine Tür. Warte, was? Ah, das ist so eine... Oh mein Gott, wenn ich weggucke, läuft sie mir. Hast du gesehen? Sobald ich weggucke, läuft sie mir. Sicher? Sicher. Oder hat die einfach nur prozessiert? Ganz, ganz sicher, Digga. Okay. Ich bin mir nicht so sicher da. Okay, Bro. Dann gehe ich lieber da lang, oder? Oder? Ja, wir müssen safe in die andere Welt. Was wollen wir hier? Aber du sagst, wir müssen in die eine Richtung. Ja, klar. Okay. Ja, klar. Digga. Ja. Aber auf der linken Seite, wenn du jetzt gerade ausgehst, im Prinzip durch die Tür. Ich bin emotionslos und du lenkst mich. Dann ist auf der linken Seite der Janitor-Raum. Ich weiß nur nicht, ob der direkt hier kommt. Ja, Baby. Wollen wir spielen? Hä? Was ist denn los? Echt? Du musst sie anschauen. Warte, ich muss sie... Ja, das kann gut sein. Alter, ja. Guck mal, die ist jetzt links. Sicher? Schau doch hin! Ich muss, ich wollte sie hier wegloppen. Die bewegt sich, aber du hast sie gerade angeschaut. Schau! Ah, Problem gelöst. Kommt die jetzt mal durch oder so? Ha! Klar, die Kinder kann man so leicht verarschen. Lalalala! Ich bin hinter dir. Okay, was muss ich jetzt machen? Wo war der Janitor? Da links, glaube ich. Hier links. Nein, nein, nein. Nicht da links. Also rechts. Ja. Ja, hier und dann links. Ah. Unlocked. Alter, 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 alter. Ah, geil. This should open the elevator. 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 Digga, wir können's durchspielen. Ich mach kurz Pause. Wir können's durchspielen, Digga. Okay, Bruder. Wir können's durch. Ich muss nur noch da vorbei an dem Kind. Und dann können wir in den Elevator. Da, wo Exit war. Das glaubst du jetzt. Ich glaub, da passiert noch was auf dem Weg, meine Freunde. Nee, das ist nur das Praktikum. Ich glaub nicht, dass das Kind das einzige ist. Das Tutorial, ja. Ich glaub, da passiert noch mehr, als nur das Kind. Ja. Schau in Richtung Tür. Ich nehm direkt ne neue Bataille. Bin im Fall der Fälle. Ich betäubel. Da ist sie. Da ist sie. Ja, 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 ja. Hm? Komm rein. Kommt da nicht durch. Oh, hat's weh gemacht. Hä? Wieso weint sie? Hör auf, Digga. Schau doch hin. Ich muss. Ich muss sie doch weglotten. Ja, ja, aber... Oh, Digga. Oh. Hey, hey. Gell? Die andere Tür. Komm. Ja, hier. Oh, du blödes Dreckskind. So geht Sascha mit seinen Kindern um später. Was war das, Bro? Was war das? Das war gar nicht witzig. Ist grad was ausgefallen. Ist grad Licht ausgefallen oder so. Was war das? Bitte. Oh, Digga. Mein Leben. Digga, Digga. Komm mir den Spind, Digga. Ich glaub, dieser Typ kommt. Mach zu. Mach zu. Was war das, Digga? Was war das? Was war? Alter, wie laut. Das ist erst so weit weg. Das hat sie angehört. Boah, direkt neben. Wie so ein Schacht. Ja, so ein Durchgang. So ein Schacht, ja. 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 Was? Hör mal. Da war grad ein Flüstern. Okay. Ich hab's gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Warte erstmal. Warte einfach. Freunde. Oder? Jetzt ist der Zeitpunkt, 300 Likes vorzumachen, damit ich zugucken kann und Leon spielt. Aber es gibt eine Bedingung, Leon. Du musst dich bewegen. Ja. Ja, klar. Okay, ich geh weiter. Denkste? Ich hab's mein Glück. Ich weiß es. Okay, Digga. Was ist los? Ich will jetzt gar nicht wissen, oder? Da ist die kleine, Digga. Die kleine Gür. Mach doch das andere auf, dann kommt's ja dummig wenigstens. Scheiße, das Licht ist alles. Alles gut, alles gut. Ich hab's kennt runterkommen. Hast du das? Es kann die Türen öffnen. Scheiße. Scheiße. Weil es nicht auf der anderen Seite ist. Ich glaube, es ist zu, oder? Ich habe es geschafft, Digga. Du bist tot, oder? Geh weg. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Geh zum Aufzug, geh zum Aufzug. Geh zum Aufzug. So schnell. Den Key. Den gelben. Du bist tot, oder? Du bist tot, oder? Digst du echt? Ich glaube, mein Gott. Ich scheiße, Mensch. Alter, was? Wir haben's geschafft, Digga. Generating Level. Geht's weiter, es geht weiter. Alles gut, alles gut. Alter, was ist das jetzt für eine kranke Scheiße? Ah, Digga, ich... Seine habe ich am Backbus, um mir leise sein müssen, Digga. Alter, was ist das für eine Musik? Altes rotes Buch. Ich möchte mich wirklich kurz entschuldigen für diesen gottlosen Spruch. Entschuldigung. Ja, entschuldige dich. Es tut mir leid. Das war nicht cool. Okay. Das kann halt echt sein, dass Sascha jetzt leise... Da läuft was. Da läuft was. Alter. Alter. Ja, Sascha muss wahrscheinlich leise sein. Soll ich weiter kommentieren? Da. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Der ist gerade... Da habe ich was gesehen. Fuck, Digga. Okay. Ich höre einen Atman oder sowas. Social Studies. Scheiße. Scheiße. Er hat dich gehört, glaube ich. Digga. Okay. Was ist das? Das klingt wie ein... Alter. Was macht der mit dir? Alter. Digga. Das ist ein Ohr. Alter. Hast du das gesehen? Der hört dich. Das ist ein Ohrkopf. Ja, ja. Ohrkopf. Ja, der hört dich. Okay. Wir müssen leise sein. Alter. Alter. Also... Ich wollte sagen, das hört sich an wie so ein T-Rex oder so. Ein Dinosaurier. Da links noch eine Batterie für dich. Links war auch eine Batterie, aber passt. Codex Entry. Da steht es wahrscheinlich drin, oder? Ja. Boah, keine Ahnung, Bruder. Alarming Reports. Was steht denn da? Da steht nichts wirklich interessantes, finde ich. New Locations. Anomalos. Anomalien. Ja. Ja. Neverless. Das ist doch von Minecraft. Neverland. Neverland. Concern of an... Emelian. Okay, ja, egal. Assault. We must accept the inviolence of such an attack and ready. Okay. Du redest jetzt. Es sieht anders aus. Es sieht anders aus, ja. Du musst auch schleichen am besten, ne? Ja, das machst du. Weil das Ohr wird dich sonst hören. Und das Geile ist halt, die sind... Die Level sind immer unterschiedlich generiert. Da ist ein Luftballon. Wieso ist da ein Luftballon? Ich weiß es, mich nicht. Sehen kann er dich wahrscheinlich nicht, oder? Eher hören. Ich hör von links irgendwas. Da lacht jemand. Sascha hat panische Angst gerade. Ich weiß wie er sich fühlt. Da ist ein weiterer Eier-Timer. Warum aber? Kannst du den nehmen und locken? Kannst du den werfen? Scheiße. Man hört es doch. Oh, scheiße. Wieso hat der den Luftballon kaputt gemacht? Er kommt, er rennt. Was war das? Ein Aufzug oder so? Oder wo? Alter, was? Wieso? Wieso? Oh, Dicker. Nein! Oh, scheiße. Wie hat der nicht gehört? Ah, der nutzt Schallwellen noch. Ja, ja, stimmt. Ah, das war das. Bro, was ist das für ein Spiel? Alter, okay. Alter, Dicker. Du kannst das Mikrofon halt auch ausschalten. Soll ich es einfach ausschalten? Was meinst du? Ja, oder? Weil man hat ja eh... Ja, kann ich machen. Wir sind YouTuber, Freunde. Wir müssen ja ein bisschen reden, ne? Man hat ja hier, guck mal. Ja, Steps. Das können wir aber mal, wenn ihr Pops darauf macht, das können wir mal machen in einem Spiel, wo es wirklich darauf ankommt. Dann spielt einer von uns und der andere kann reden. Ja. Was ist das? Ja, 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 ja. Okay, jetzt kann ich ja reden. Altes grünes Buch und Glowstick. Ich glaube, er hat dich schon gehört, ne? Ja, glaube ich auch. Also, er generiert Schallwellen, so gesehen. Um sich zu... Den Raum... Um zu orten. Das heißt, du darfst auch nicht zu nah an ihm sein, eigentlich. Ja. Und das hat irgendwas Bing gemacht, ne? Diese Tür. Guck mal, da ist so ein rotes Licht drüber. Aha, er versucht dann, wenn ich jetzt hier stehe und er sieht mich, dann macht er die Schallwelle zu mir. Ja, genau, genau, genau. Um zu sehen, wo du im Raum stehst, mäßig. Oder... Steht da Exit über der Tür oder war das ein rotes Licht? Ich höre noch links. Scheiße. Okay. Ja, da stand Exit, Leon. Okay. Mach es nicht an. Jetzt kommt er. What? Nein! Scheiße! Alter, okay. Alter, es ist schwer. Ja. Weil ich es gedrückt... Ich sehe da auch jedes Mal, Digger. Alter, das wird das Level. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum der... Warum der... Sein Ohr plötzlich blutig wird. Gerade eben war er nicht blutig. Echt jetzt? Ja, und dann aber am Ende schon. Bei der Cutscene. Okay. Ja, neues Level. Wo ist das Buch, Digger? Welches Buch? Wir müssen noch die Bücher finden. Ich glaube, wir müssen die Bücher finden. Wir müssen Bücher zurückgeben, glaube ich. Da gab es so ein... Okay. Ja. Dann weg. Ich glaube, wir müssen alle Bücher suchen und sie bei der Abgabe zurückgeben. Ich höre was. Ich höre was rennen. Was passiert da? Soll ich? Dann hört er es wahrscheinlich. Also nein. Aber kannst du... Guck mal, der Luftballon verfolgt mich. Tut er das? Ja. Das heißt, er platzt bei dir dann? Mhm. Sicher? Oh, Digger. Ein Furzkissen. Da sollst du nicht drüber laufen. Scheiße. Und jetzt? Mach mal. Spaß. Oder verfolgt er mich nicht? Ich glaube, der verfolgt dich nicht. Eine Batterie, Digger? Ja. Kann man irgendwie noch leiser sein? Ja. Ja! Schau doch, der kommt. Doch, er verfolgt dich. Scheiße. Scheiße. Okay. Das mache ich jetzt. Du musst ihn einfach nur hier hinterlocken, eigentlich. Der Luftballon oder der Typ? Der Typ. Ich glaube, der Luftballon ist halt jetzt links von dir, ne? Da hinten oder? Ja, glaube ich. Nee. Okay, okay, okay. Siehst du noch ein Buch, Digger? Ich flüstere immer mehr. Nee, gerade nicht. Ich höre was. Schau immer hinter dir wegen dem Luftballon. Guck, da ist die Buchrückgabe. Verstanden. Ah, und dann können wir... Oder musst du nur dieses eine Buch zurückgeben? Denk dran, links von dir ist der... Nee, nee. Ah, doch. Jetzt habe ich es auf den Boden geworfen. Links von dir ist der Ballon, ne? Der verfolgt dich immer noch. Oh mein Gott, danke, Leon. Ist der langsamer oder schneller als du? Er ist langsamer. Ja, ähnlich. Ähnlich schnell. Ich gucke noch hier kurz einmal durch. Ja, 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 ja. Digger. Scheiß Ballon. Das ist so ein krankes Spiel. Hä? Hört man den? Ich höre ihn irgendwie in der Distanz, den Typen, ne? So kommt dieses Buch jetzt nicht mehr wirklich raus. Aha, wenn er mich nicht sieht. Vielleicht musst du alle Bücher abgeben. Wir sind es? Gleichzeitig. Ich weiß nicht, es steht nirgends. Vielleicht steht es irgendwo, aber wir haben es noch nicht gesehen. Wurzkissen, Wurzkissen. Noch Wurzkissen. Schau mal. 17. Schau mal. Ne, oder? 17 und 47 stand da. Ach, stimmt. Aber 17 Bücher kann eigentlich nicht sein, oder? Ich glaube, hier drin ist er, gell. Ich glaube, da ist was im Regal. Ja. Du hast auch nicht gesehen. Weitere Ballon. Schreibt alle Ballon in die Kommentare. Schreibt Drecksballon in die Kommentare. Nö, nicht beleidigen werden. Ist ja keine schlimme Beleidigung. Pass auf, der Ballon ist rechts, ne? Spanisch hast du? Spanische, äh, Achtung, Wurzkissen. Der ist doch hier irgendwo. Da ist ne Batterie, oder so. Riskier's nicht, oder? Wo ist der Ballon von gerade eben? Ah, der ist hier rechts, ne? Ja. Jetzt, wenn ich jetzt... Soll ich mal hier links? Du musst es noch weiter... Ja. Da ist aber der Typ, gell? Ich glaube... Hört man den gut? Da oben. Ich kann mir halt vorstellen, dass du auch was werfen kannst. Wie die Wecker. Scheiße, komm. Ich hör was. Komm, komm. Fuck. Aber wo? Wo ist er? Es ist... Äh. Ich muss aufpassen, wegen Furzkissen... Und wegen dem Ballon... Ich darf nicht laufen. Ja. Wenn's du wirklich Tomaten mag. Der ist da drin. Der ist da drin. Ist der da drin? Ja. Echt? Solltest du die Taschenlampe an und aus machen? Oh, das macht auch Sorgen. Ja, eben. Wo lang? Wo lang soll ich? Wo lang soll ich? Da ist ein Puff, da war ein grünes Puff. Links und da vorne. Geradeaus. Ich hör'n. Aber wo, Digga? Denkst du wirklich, der ist da drin? Ist er nicht in dem Raum, wo wir gerade sind? Ich hab' Angst. Ja. Wo lang? Lenk mich. Da ist ein Buch. Wo ist's hier? Scheiße. Hier ist kein... Klein Buch. Glaubst du, Digga? Sollen wir mal noch die anderen Räume erkunden? Gibt's noch andere Räume? Soll ich mal gucken? Ja. Pass auf, wegen Furzkissen und Ballons, ne? Alter. Das ist so spannend. Aber ohne Witz, ich find' das so satisfying. Scheiße. Vorst gissen? Vorst gissen. So durch so Gänge mit Regalen durchzulaufen. Irgendwie. Ich find's übergeil. Auch so durch so Bibliotheken durchzulaufen. Es hat was. In Real Life jetzt. Geh' man da noch in die linke Spalte? Also in die linke. Ob da noch was ist. Alles gut. Ich muss. Mach mal kurz an. Ja. Der ist nix. Sonst probier mal die Bücher, die du jetzt gerade hast, abzugeben. Meinst du? Das ist nur ein Lichtschalter. Scheiße. 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 Der ist ganz nah, Digger. Ja. Ja, doch. Versuch wieder in den Hauptraum zu gehen, am besten. Scheiße, Ballon. Ja. Und versuch mal die Bücher abzugeben. Ja, ja, ja. Find ich gut. Okay. Da ist ein Clowstick, den brauchst du nicht. Unbedingt. Kann ich sagen, dass es mehreres ist? Mehrere von den Typen. Ja. Könnte sein. Ich glaube aber weniger. Ich kann einfach laufen. Nee. Please return your books. Da machst du zwei. Okay. Kommt der jetzt. Mach das nächste noch ein. Scheiße, okay. Du hast kein weiteres, oder? Ist da ein Ballon irgendwo? Nee. Nee, es ist abgeschlossen noch. Okay, zwei haben wir returned. Hier geht's nicht lang. Hattest du nicht drei? Nee, das sind drei, oder? Nee, ich hatte zwei leider nur. Okay. Ach, doch ein Ballon. Alter. Sieher. Machen wir mal hier rein. Und dort kommen wir, glaube ich. Ja. Oder? Scheiße, nee. Doch nicht. Denk an den Ballon. Ja. Kommt der nicht. Scheiße. Doch, da ist er. Scheiße. Okay, was machst du jetzt? Pass auf. Ich zeig dir mein Skill, okay? Okay. Und wie geht's dir? Ja, ganz gut, Digga. Es ist nur alles ein bisschen knapp gerade. Alles gut. Da links zum Furzkissen geht er nicht durch. Da. Buch. Altes, rotes Buch. Soll ich mal den Stuhl werfen? Nee. Warum? Meinst du, das war's vielleicht schon? Vielleicht. Probier's mal. Ist da der andere Ballon noch? Die Sache ist, wenn der andere Ballon jetzt noch da ist, dann bist du tot. Ist das ein Buch? Scheiße. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Buch. War das ein Buch? Ja. Oder war das eine Batterie? Ein Buch. Ich bin mir sehr sicher. Okay, jetzt haben wir vier Bücher. Das fünfte habe ich gesehen. Vielleicht sind es fünf. Okay, nice. Okay. Dann musst du den Ballon irgendwie weglocken. Okay. Spannend, gell? Spannend, Alter. Und wie, Digga? Junge. Wo ist der Ballon? Der Ballon wartet jetzt da, weil er mich nicht mehr sieht. Alles gut. Oh, Digga. Das ist knapp. Okay, lock ihn irgendwie um das Bücherregal rum, ja. Ballon? Hallo? Okay. Okay. Sehr gut, sehr gut. Es ist so knapp, Digga. Geiles Fahrrad. Okay, reicht doch mit den Spielern. Geräusche. Nee, es hat keine Geräusche. Nee, es hat keine Geräusche. Hör auf. Okay. Da ist noch ein anderer Ballon drin. Denk dran. Scheiße, er ist geplatzt. Nein, Furz. Nee, Furz. Ich versteck mich hier, okay? Ich versteck mich hier. Okay, probier's, probier's, probier's. Siehst du, es war eine Batterie. Alter, Scheiße. Ich glaube, du bist tot. Alter, wie... Oh, guck mal, die Schallwelle. Hast du die gerade gesehen? Ja, Mann. Aber sie hat dich nicht getroffen, glaube ich. Scheiße, Bruder. Wie geht's, die so zu werden? Soll ich weg oder soll ich warten? Warte. Okay. Es ist noch alles so ein bisschen... Weißt du, was gut ist? Was denn? Jetzt ist der... Jetzt ist der Typ hier. Ja, mal schauen, wie lange ich glaube, der kommt, der sucht gerade und geht wieder raus. Soll ich einfach warten? Oder? Oder was meinst du? Oder sucht er jetzt alles hier in der Gegend ab? Ich weiß. Kommt er jetzt gleich raus und sucht dann rechts? Boah, ich weiß nicht, Bruder. Das ist eine gute Idee. Alter, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Achtung, da ist irgendwo noch ein Ballon. Geh irgendwie in die Mitte, wenn es geht, oder? Oder geh so weit weg, wie es geht, von dem Typen. Jetzt hier hin müssen wir, gell? Hier waren wir schon, glaube ich. Das ist alles wegen einer scheiß Batterie. Da kann ich auch nicht lang. Ja, ich hatte es doch gemeint. Ja, du hast recht. Batterie, tut mir leid. Was soll ich noch tun? Das ist alles gut, Bruder. Keine Ahnung, du machst es gut. Noch lebst du, Digga. Ja, ja. Wir wissen, der Typ ist jetzt da hinten. Hoffentlich, ne? Das ist eigentlich sehr gut gewesen. Also hier waren wir schon, ne? Aber ganz da hinten waren wir noch nicht. Ja, ja. Da ging es nämlich noch weiter. Und im anderen Raum auch nicht, ja. Pass auf Furzkissen und so, ne? Und Ballons. Und sonst, alles klar. Alter, das Spiel war jeder, jeder Cent war wert. Das Spiel war jeden Cent wert. Alter. Das ist ein guter Titel. Finde ich. Da waren, da waren wir noch nicht. Wir noch nicht. Da ist ein Buch. Boah, bitte, Bruder. Musikbuch. Musikbuch. Wie viele Bücher müssen wir halt finden? Wie viele haben wir schon abgegeben? Vier, glaube ich. Vier, jetzt haben wir fünf. Vielleicht ist fünf auch die Zahl. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn er halt hier reinkommt, bist du tot, ne? Diese Atmosphäre. Ein Wecker. Oder ein Timer. Krass. Krass. Alter. Was ist das? Aha. Hier ist es. Es wird jetzt keine Bücher geben, oder? Nutzt die Zeit. Wieso ist es hier so dunkel? Aber hier ist nix, oder? Ich glaube, es sind fünf Bücher. Ich glaube, das ist das letzte Buch, was da ist. Trau dir jetzt. Wenn es nicht stimmt. Weil sonst waren wir überall. Ich bin mir recht sicher. Was war das? Was war das? Oh, ein Schraubenzieher, Digga. Okay. Jetzt können wir in so Dinger rein. Ja, wenn es. Lass den lieber aufbewahren, oder? Ja, ja. Meinst du, das ist nur einmalig benutzbar? Safe, gell? Ich kenne doch meine Horrorspiele. Weiß ich nicht. Wir müssten ja auf einer anderen Seite auch wieder rauskommen, oder? Also das dürfte eigentlich nicht einmalig. Soll ich es testen? Vielleicht machst du zu viele Geräusche. Hier kannst du noch schauen, aber da ist ein Ballon. Kommst du da durch? Die Sache ist, sind die Räume verbunden? Ist es gleich der Raum? Noch ein Buch. Alter, okay. Russische Dictionary. Alter, was? Jetzt, dieser Ballon kommt. Der Ballon. Jetzt haben wir sechs Bücher. Oh, das sind es zehn. Du musst Licht anmachen. Nee, gell? Soll ich mal probieren? Du könntest es probieren. Das ist bestimmt laut. Ja, eben. Das denke ich auch. Aber mich würde interessieren, was das bringt. Ich glaub dir. Jetzt? Wo war der Ballon? Weiß ich nicht mehr. Was ist das? Da ist der Ballon. Wie sollen wir den jetzt abhängen? Ja. Echt jetzt? Doch. Geh raus, geh raus, geh raus. Wie denn? Ja, nochmal raus. Wenn der Ballon hier reinkommt, dann... Okay, wenn du meinst. Okay. Boah, Digga. Alter. Okay, das ist der Real-Life-Timer. Spiel mir doch ganz kurz. Ja, ja. Wo ist der Ballon? Boah, Digga, so langsam... Da. Und jetzt? Was soll ich machen? Boah, keine Ahnung. Du könntest halt in den Vent... Du hast hier keine Ausweichmöglichkeit eigentlich vom Ballon unbedingt, ne? Oder kannst du den hier irgendwie... Kannst du ganz schnell an ihm vorbei vielleicht? Ich probier's. Nicht sneaken, sondern laufen. Okay. Okay, gut. Krank, gell? Okay, alter. Alter, das Killer-Move. Und jetzt? Links oder rechts? Rechts. Links waren wir auch noch nicht da. Könnten auch noch Bücher sein, ja? Da ist eins. Da ist... Was ist da rechts? Ich hab einen Schatten gesehen gerade. Ich hab doch ihren Schatten gesehen. Scheiße. Scheiße. Du bist tot. Du bist tot. Er wird kommen. Er wird kommen. Okay, geh in die Ecke. Scheiße. Es da, es da, es da, es da. Bist du, hört man mich? Nee, tut man nicht. Das ist er. Oder? Hup, hup. Ah, okay. Fuck, alter. Fuck. Er kommt. Er kommt. Scheiße. 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 Er ist da. Er ist da. Scheiße, Bruder. Ich glaub, du bist tot. Mhm. Denkst du? Mhm. Willst du noch weiter abwarten erstmal noch? Mhm. Dass er ein bisschen weg geht vielleicht, hoffentlich. Denkst du, es sind genug Bücher? Mhm. Nee. Aber wir waren doch jetzt überall, glaub ich. Ich glaub, der hat den ganzen Stuhl in geworfen. Ja, das ist aggressiv. Der will niemanden in seiner Bibliothek haben. Der kommt doch. Alter, ja. Der ist noch in der Nähe, Digga. Okay. 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 Was soll ich denn machen, Leon? Ich komm hier nicht mehr weg. Außer ich stell jetzt hier... Der wird schon ein Stück rumlaufen wahrscheinlich. ...ne Eieruhr auf. Lauf dann hier lang. Der muss... Der kann ja nicht die ganze Zeit am gleichen Ort sein, oder? Der wird ja wohl rumlaufen. Ein bisschen zumindest. Die Frage ist, ist er hier irgendwo drin? Okay. Geh einfach, geh einfach. Geh links, Lange. Mal ein bisschen. Scheiße. Scheiße. Bist du, Digga? Bist du? Ja, ja, ja. Was macht er? Der wird da vorne irgendwo sein. Nachschlumpen, geht gleich aus, macht's dann BIEP. Mach's Licht aus, mach's Licht aus. Was ist jetzt, Bruder? So nur Leuchtschneider. So nur Glow, Glowstab. Probe, die die geschafft, äh, zu bringen, Digga. Da hinten, gell, hier? Ja, ja. Komm schon, Digga. Ich geh einfach wieder zu dem, zu der Puppe und Ding, die waren mir deutlich angenehmer, ich verliere mich nicht sofort. Achtung. Achtung. Ich hör irgendwas. Digga, scheiße, der ist da. Oh, wie sein Arm geglitscht hat. Bleib sonst in der Ecke. Weil Schall geht nicht durch, Wände durch. Okay, Leon, bete. Ich bete. Ich, ich wär da geblieben. Bitte. Bitte. Es ist offen, es ist offen. Nein! 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 Als Ob, Digga, was? Nein! Nein! Was, ein Pech! Oh, wow, Alter. Nein! Willkommen in der Bibliothek. Scheiße! Scheiße! Es war so knapp. Nein! Doch! Nein! Also doch, aber nein! Alter, schade. Wie viele Bücher waren's jetzt? Jetzt rennst du einfach durch. Okay. Ich renne einfach in alles rein. Codex Entry. Du machst den Speedrun. Du machst den Speedrun, okay. Ja. Mal schauen, was das für einen Unterschied macht. Okay, ich hör ihn schon mal. Ach ja. Ich glaub, er ist hinter dir, Sascha. Oh! Alter! Boah, Alter! Alter, was? Hä? Geht's dran? Ey, wo schlägt der mich drauf? Ja, keine Ahnung. Wieso schlägt der mich? Wieso kann ich mich nicht wehren? Leon. Ja. Ich darf eingreifen, damit du nicht 100 Jahre lang an derselben Stelle. Das war echt ein geiles Ding. Das hat mir jemand in die DMs geschrieben. Dass es nicht langweilig wird, okay? Ja, genau. Warte, ich suche das kurz raus. Das war geil. Ja. Also viele haben geschrieben, nee, lass ihn alleine machen. Ja. Nee, und dann hat einer geschrieben, sonst hätte es nie ein Ende, weil Leon so eine Angst hat, dass er nichts mehr drückt. True. Da hat er recht, ja? Also. Scheiße, wieso läufst du? Hör auf, hör auf. Okay. Timer läuft. Eine Stunde lang. Wie setze ich die Batterie ein? Ähm, drück mal Tab. Tab. Da ist sie, oben, links. Und jetzt einfach draufziehen, oder? Nee, einfach draufdrücken. Wie in jedem Kack, Drecks, Horrorspiel. Du sagst es immer, aber es gibt immer unterschiedliche Steuerungen. Du fickst mich immer, sagst du immer, weiß ich schon, du nicht. Manchmal ist es F, manchmal ist es E. Du hast es auch schon gespielt, deswegen weißt du es. Du doch auch. Nein. Endlich gibst du es zu. Ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ich habe mich nur einmal bewegt und das war es. Ganz kurz, bevor du weitergehst. Wir waren in der letzten Folge bei einem. In der Bücherei. Ja, erst waren wir in der Ding. Im Klassenzimmer. Jetzt sind wir in der Bücherei. Wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Wir sind dann aber gestorben. Let's go. Okay. Let's go. Ich schleiche. Ja. Das scheint, dass... Ich habe übrigens Rezensionen zu diesem Spiel. Hä, was tust du? Wieso steuerst du gerade mit? Nö. Doch, du laberst doch. Du hast Rezensionen gelesen, ja? Das war ein bisschen ruhiger reden. Das passt zur Atmosphäre. Freunde. Ah, wisst ihr auch warum wir die Umfrage gemacht haben? Weil ihr habt die 300 Likes auf die letzte Folge voll gemacht. Danke dafür. Bei 400 Likes spielt Leon das Ganze nackt. Ach. Aber ohne Veräschung. Ja. Ihr müsst mir dann glauben. Glauben. Nee, dann spiele ich es wirklich alleine, ohne dass Sascha eingreift. Nein, das wäre echt blöd. Mann, wie langweilig. Ja eben. Spaß. Okay, unsere Mission ist es, Bücher zu finden. Machen wir es mal mit Vasecan. Ah, stimmt, was ich sagen wollte. Ich habe Rezensionen gelesen. Das hier scheint das schwierigste Level zu sein. Hier kommen die wenigsten Leute weiter. Aber wir haben es fast schon. Hey, oh! Ja. Nee, hör doch auf. Da ist eine Batterie. Nee, eine Batterie. Hallo? Was war das? Pass auf den Ballon. Ich weiß es nicht. Du musst auf die Bücherregale schauen, Digga. Ja, ich habe die hier schon gecheckt. Die alle. Da ist nichts drin. Ich könnte halt nach da hinten gehen, aber ich will eigentlich hier rechts lang, glaube ich. Dann mach das. Aber wieso klingelt das Telefon die ganze Zeit? Und wieso kommt der Typ nicht? Haben wir es backt? Hoffentlich. War da ein Buch? Geh nochmal zurück. Ja, linkes Regal. Mit Tee. Scheiße. Man pfeift mit Tee, du Arschloch! Du Arschloch! Guck mal, da kommt niemand. Ich glaube, wir haben es verbacken. Ich wusste gar nicht, dass man pfeifen kann. Junge, das war ein geiler Clip gewesen, wenn der jetzt gekommen wäre, Digga. Scheiße. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem der kleine Tick-Tock-Clip. Hey, Digga, wir haben es verbacken. Lass mal den Ballon platzen. Ich glaube, der kommt gar nicht. Guck mal. Okay. Hallo, Ballon. Scheiße. Doch. Nein. Drück mal Tee. Man sieht so wenig. Spaß. F ist es. Tee. Ja, ich mach... Drück Tee. Da ist er. Digga, Digga. Drück Tee, sagt er. Da hinten steht er. Jetzt läuft er. Er kommt also nicht. Kommt der hier lang? Guck mal, F. Ah, es ist schon an. Ja, hab ich doch gerade. Mach noch mal F. Das macht auch Sounds, gell? Ja. Ja, er kommt. Ist irgendwo da, glaube ich. Bruder, ich hab Angst. Oh, was? Vor dem? Digga, du hast 10. Du Arschloch, du Arschloch. Du kannst es ja auch steuern. Mann. Er drückt einfach die Pfeifentaste. Entschuldigung, ich wusste es einmal. Mann. Da ist ein Buch. Also wir wissen, er ist da. Wir sind schon weiter als gerade eben. Ich bin schon weiter als gerade eben. Spanished Dictionary. Ich hab nur das Licht angemacht. Aha. Digga, doch auch. Da oben kann ich. Hör auf, das macht Geräusche. Vielleicht ist es besser, wenn ich es mal alleine spiele, Freunde. Dann darf Sascha keinen Zugriff haben. Doch auf, das macht Geräusche. Jetzt drückt er gleich wieder Tee. Ich weiß schon, das Level werden wir heute nicht schaffen wegen Sascha, Freunde. Ich seh es kommen. Du wirst pfeifen, wenn ich kurz vorm Ende bin. Wenn ich das mache. Dann darfst du das aber. Dann bist du. Dann bist du ehrenlos. Dann muss Sascha nackt streamen. Ich glaube, in den Kommentaren will ich dann behält. Äh, nein. Du musst dann nackt, äh, mit Facecam. Das Spiel spielen. Ja, nur Facecam. Wenn ich einmal aufspringe. Der Ballon, scheiße. Okay, ganz ruhig. Ich mache jetzt Speedrun, Freunde. Drück mal Tee. Junge, das war echt geil. Das war ehrenlos, das war nicht geil. Was meinst du? Was meinst du das? Hör auf. Er ist hier irgendwo. Ja. Ich glaube, er kommt gleich von rechts. Da ist ein Buch. Wo? Gerade vor dir. Da, wo du... Guck, geh wieder da hin. Guck, rechts, rechts an der Theke. Wo? Okay, Digga. Das ist nicht verarscht. Geh links lang. Lauf da gerade aus. Er ist hier irgendwo. Ja, scheiß auf ihn. Jetzt geh rechts lang. Wenn ich... Links lang. Da oben meinst du. Cut da, genau. Sehr nice. Genau, da wollte ich nicht hin, weil ich die Geräusche von dort höre. Die Geräusche kommen von rechts. Du laberst doch Müll. Ganz kurz, geh mal zu der Klappe, damit du checkst, wie man das reinwirfst. Du gehst dran. Guck, da ist er doch. Hab ich doch gesagt. Da ist er doch. Neu. Nehmt einen Ballon mit. Ich geh mal kurz weg. Ich geh mal kurz nicht zur Klappe. Guck mal ein bisschen nach rechts. Auf der Seite. Ja, nee, da war nichts. Achso, in dem... Ja, geh da hin. Das ist eine gute Idee. Was macht eigentlich... Was? Es hat irgendwas geplatzt. Scheiße. Was macht... Ah! Pst, pst. Guck mal hinter dir. Ah! Guck mal hinter dir. Bist du... Ich bleib hier stehen, okay? Bleib hier stehen. Du geh stehen. Nee. Wenn du länger als 10 Sekunden stehen bleibst, muss ich T drücken. Spaß, man. Okay, clean. Gönn dir deine Zeit, die du brauchst. Glaube ich nicht. Okay. Er ist da rechts drin. Hier rechts drin? Ja. Echt? Ganz sicher. Okay. Ich glaube, er ist hier hinten dran, oder? Aha. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Das hört man doch. Wieso schreit der? Wieso schreit der? Der ist nur sehr nah. Geh weg, bitte. Jetzt, Leon. Meine Batterie ist fast leer. Die ist schon leer. Mein Faschlappe geht gleich aus. Leon, geh da rein. Er ist jetzt gar nicht da drin. Eigentlich hier, ne? Ja. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Digga, du bist auf dem Furzkissen gelaufen. Nein, bin ich nicht. Doch, guck mal dahin in den Gang wieder. Da ist ein Furzkissen. Ich hab... Ich seh keins. Mein Spiel ist zu dunkel. Jungs, Alter, das ist das ganze... Nein, 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 nein! Scheiße, Mann! Was? Wieso? Och, Mann. Digga, das wird einfach eine... Eine-Stunde-Library-Aufnahme. Ein Buch hab ich gefunden. Kannst du mir nochmal sagen, wie viele es waren letztes Mal? Wir hatten zwei Bücher. Acht Stück. Acht Stück. Drück Escape... Äh, Tab. Mach eine Batterie rein. Super. Eigentlich kann ich die ja durchgehend anlassen, ne? Ja. Ich seh schon nach dem Run, da haben wir keine Batterien mehr. Das kann gut sein. Ich hör doch schon was. Ja, ich auch. Ich geh erst mal hier lang. Okay. Wenn du jetzt pfeifst... Nein! Dann bist du... Schraube doch einfach mal! Sascha ist der Größte und denkt euch ein passendes Wort dazu aus. Der Größte Freund. Genau, das ist er. Da ist ein Buch? Da ist ein Buch. Ich mach's aber systematisch. Okay. Da ist ein Furzkissen. Was ist da? Da ist ein Furzkissen. Da ist er. Er ist links da drin. Da ist er. Da ist das Ohr. Okay, vielleicht mach ich's doch nicht systematisch, Freunde. Soll ich dir sagen, welche Taktik gut funktioniert hat bei mir? Einfach rumlaufen. Nein, nein. Du cleanst immer den Raum, in dem er nicht ist. Das wär jetzt erstmal der große Raum hier. Dann machst du ein lautes Geräusch in dem Raum, also in dem Bereich, wo du hin willst und er aber ist. Er spricht, als wäre er der Profi. Verstehst du? Dann läuft er in den Bereich und du umgehst ihn und umgehst in einen anderen Bereich. Wenn er mich nicht dann schon killt. Steht er da nicht? Guck mal hinter dir wegen... Oh, Glas. Vorsicht. Da ist Glas. Aha. Ich bin nicht auch letztes Mal über Glas gelaufen. Ich geh mal hier rein. Oh ja, sehr nice. Da ist safe irgendwo. Da ist es schon. Drei, oder? Ich höre aber. Ne, ich glaube zwei. Da hinten ist noch was? Ja, ne Batterie. Ich höre ihn. Oder? Ja. Weiß nicht. Wir haben auch diesen Schraubenzieher, ne? Stimmt. Damit könnten wir theoretisch... Hier in dem linken Raum ist, glaube ich, nämlich so ne... Soll ich hier bleiben? Ne, hier reinkommen bin ich tot. Mhm. Jetzt pfeift er. Hör auf. Nein. Hör auf. Bro, ich bin auf deiner Seite. Ich will doch auch, dass du schaust. Ja, los. Wir haben den ersten Juli 1996. Da warst du noch nicht mal am Leben. Du auch nicht. Doch. Wer von euch war da schon am Leben, Freunde? Schreibt jetzt in die Kommentare. Ich bin schon schon 30. Geburts... 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 Euer Geburtsjahr in die Kommentare. Das könntest du aufmachen. Du bist 35. Soll ich's mal probieren? Was passiert? Ja. Okay. Lass mich... Jetzt kommt da so ein... Vieh... Ich hab noch mehr Angst jetzt gerade. Hallo? Alter, das ist so... Oh, nee, Digga. Geh da rein jetzt, Digga. Drück mal Tab nochmal, bitte. Haben wir. Immer noch. Geh bitte rein. Ich will wissen, was das ist. Kannst du übernehmen von hier? Kannst du von hier übernehmen? Okay, gut. Boah, Digga, es ist so dunkel. Wohin lang? Boah, Bruder, sicher? Was war? Was war das? Das gefällt mir nicht. Alter, es ist so fucking dunkel. Aha. Okay. Kommen wir jetzt hier woanders raus, oder? Kannst du es nicht verwenden? Scheiße. Jetzt hast du ihn gedroppt. Ah. Ah, doch. Digga, lass ihn einfach platzen. Der kommt doch hier nicht rein, oder? Aber er kommt hierher wahrscheinlich. Das ist ein Grammophon. Du darfst wieder. Die Frage ist, kann er sich ducken? Wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier. Ich sehe nämlich gar nichts. Okay. Willst du das? Lacht der? Oh, scheiße. Da ist er links. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Schön vor ihm, schön laut. Guck mal, ein Grammophon, Digga. Was macht das da? Vielleicht können wir das anschalten, um ihn... Der hat den Stuhl da umgeschmissen. Keiner achtet auf das Ding, außer du. Hä, doch, natürlich. Jeder hat drauf geachtet. Freunde, schreibt jetzt in die Kommentare. Und dann liegen umgeworfene Stühle und... Alter, was ist das immer? Und noch viel mehr. Und er... Guck mal. Grammophon. Furzkisten, was aber schon verwendet wurde. Ist da selber drüber gelaufen. Okay, du bist wieder. Okay. Wie viele Bücher haben wir jetzt? Drei. Zwei. Aha, interessant, Digga. Du kannst auch nicht alle nehmen. Kionis-Kodex. Der Inventar ist dann voll. Okay. Scheiße, okay. Komm, du schaffst es. Ich höre doch was, oder? Oh, du schaffst es. Nebenbei, spendet Rosen auf TikTok, Freunde. Da sind Glasscherben, da sollte ich nicht überlaufen. Ich höre ihn. Wieso? Aber du musst da hin. Oh nein. Scheiße. Oh ja. Digga, da war ein Buch. Da war ein Buch, ich weiß. Aber da waren auch Glasscherben. Da ist ein Furzkissen. Unten war noch... Ich gehe hier... Scheiße, er ist in der Nähe. Er ist in der Nähe. Jetzt wird es heftig. Jetzt wird es brutal. Da ist er, genau. Da ist er. Geh ins Eck. Geh ins Eck, damit der Ballon dich nicht sieht. Ich bin im Eck. Er stirbt, wenn er über die Glasscherben rennt. Bitte. Doch. Macht das Licht aus. Dann hört er mich doch. Nee. So, ich pfeife... Was war nochmal die Tasse T, oder? Wenn er jetzt kommt, wegen dir. Er kann mich doch nicht sehen. Er kann mich ja nur hören. Solltest du langsam die Bücher wegschmeißen. Ja. Aber jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Scheiße, Bruder. Der soll weggehen. Wieso bleibt denn der da? Sei froh, dass er nicht reinkommt. Lauf wieder zum Schacht. Schlechte Idee, Digga. Der ist doch da, der Schacht. Der ist nicht hier in dem Raum. Scheiße. Bitte geh einfach. Freunde, wie gefallen euch die Glasscherben? Schaut sie genau an. Es gibt jetzt noch drei Minuten. Ihr wolltet das. Ihr wolltet das, dass ich alleine spiel? Danach meinen sie nie wieder, dass du alleine spielst. Kannst du bitte aufhören, mit Leon aufzunehmen? Sascha ohne Leon, der neue Kanal. Apropos neuer Kanal, Freunde. Da kommt was auf euch zu. Schaut jetzt in die Videobeschreibung. Vielleicht sind da schon unsere neuen Kanäle verlinkt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir auch keine. Wahrscheinlich nicht. Das Video kommt auf Sonntag. Dann halt noch nicht. Dann kommt bald vielleicht was. Aber schaut trotzdem in die Videobeschreibung. Besser als die Glasscherben. Klickt auf alle Links, die ihr da. Der ist halt noch in der Nähe. Jetzt pass mal auf. Digga! Jetzt läuft er. Jetzt läuft Sascha, Freunde. Was jetzt passiert, ist nicht mehr meine Schuld. Digga. Wo war der? Da schwitzt er ganz. Da hinten, ne? Das war jetzt so schwer. Gut. So. Weiter geht's. Okay. Du machst es? Oh. Digga. Du machst es nur. Der kommt nicht rein. Scheiße. Der ist im Spinn. Scheiße. Sascha. Sascha. Ist er wirklich? Ich hab Angst. Ich hab so Angst gerade. Warum? Ich mach einfach die Augen zu. Ich schau auf. Alter, was hab ich für geile Schuhe. Komm. Geh raus. Eigentlich will ich weiter in die Richtung. Aber, ja? Ja. Weißt du, was du machen musst? Soll ich hier raus? Du musst dringend ein paar Bücher abgeben. Ja. Pass auf, direkt vor dir ist ein Glassplitter. Ja, das ist scheiße. Ich hör doch was. Ja? Soll ich nicht noch weiter in die Richtung? Okay, mach. Hilfst du mir? Nee. Danke. Danke. Bitte, hallo. Es ist so dunkel. Hallo. Siehst du schon mal die Schuhe aus, Digga. Ist richtig angenehm. Einfach mal zuschauen. Nebenbei ein bisschen labern, Freunde. Angenehm. Servus. Mein Name ist Sascha. Oh. Geil. Macht das Licht aus? Was? Paschlampe? Ja. Achso. Nice. Bitte komm nicht hier hin. Guck mal, bitte kurz Tab. Für Slots. Okay, du hast nur noch ein Slot. Drei. Zwei. Zwei Slots hier unten noch. Ich hör doch was. Bist du das? Nee. Du hörst es auch, oder? Ja, die so. Ist da was rechts? Im Regal? Rechte Seite? Auf langsam. Ja, da. Eine Batterie, geil. Das ist eine Batterie. Nutzt die gleich. Du hast nämlich null Striche. Sehr nice. Da hinten hast du ein Buch, glaube ich. Oh ja, Digga. Sehr, sehr geil, Alter. Und dann musst du zur Kammer. Ja. Achtung! Das ist nicht alt. Was? Das russische Dictionary war das. Da? Wie komm ich zu... Njet? Njet, привет. Как die love, Fran? Bratinas. Fran? Äh, friends. Tuchas. Da kommt doch jemand. Alter, du traust dich was. Du traust dich was, Digga. Kleines Problem. Was ist dein Problem? Er ist, glaube ich, hier rechts. Ja. Glaube ich auch. Soll ich wieder zurück? Nee. Nee? Nö, oder? Okay. Dann gehe ich jetzt da durch, oder? Ja. Wenn du das machst, dann bist du krass. Ich bin krass. Wo ist er? Ja, ich glaube, er hat mich gesehen. Da kann ich nicht sehen, Digga. Ich laufe einfach, okay? Ja, sehr gut. Du machst es gut, Digga. Ich laufe einfach hier gerade aus. Nee, ich gehe hier durch. Genau, super. Immer, dass da keine Schallwellen mich nicht... Wie hat er dich jetzt gehört, gesehen, was auch immer? Keine Ahnung. Kann eigentlich gar nicht sein. Kommt mal F? Nee. Doch. Wieso? Damit das Licht ausgeht. Warum? Damit du mal Strom sparst. Digga, du musst jetzt da hin. Ja, ja, ich gehe doch. Schrei mich nicht an. Da ist es doch. Entschuldigung. Ich bin doch auf dem Weg, Bruder. Guck mal, da oben rechts. Sieht aus wie dieses türkische Auge in Rot. Oben, rechts an der Wand. Nee, warte mal ganz kurz. Nee, wie? Links, links und dann werfen. Nee. Weiter, weiter, weiter. Ich meine, es ist gedroppt. Werfen, 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 werfen. Es ist offen. Du kannst. Es ist offen. Nach oben, nach oben. Ja. Oh mein Gott, Digga. Du hast es einfach geschafft. Oha, Digga. Ich gehe einfach. Digga, was ist hier? Da ist was. Was ist da? Soll ich da einfach rein? Wieso kann ich... Ah. Interessant. Was ist das, Digga? Stolettenpapierhalter. Okay. Also geht's noch weiter? Mach mal auf. Nee. Mach mal auf. Ich gehe einfach. Ach, ein Stuhl. Okay, ich gehe einfach, oder? Soll ich hier einfach lang? Ja. Ich mache ganz langsam. Bitte, bitte. Das ist angenehm. Ja, sehr, Alter. Ich bin unter durchgehender Spannung. Ich bin unter richtig... Ich könnte gerade ein Brötchen essen. Eine Shisha rauchen nebenher, Freunde. Alter. Auf ganz entspannt. Auf ganz locker. Auf locker, du weißt. Ich glaube, du kannst auch normal laufen, oder? Aber... Bleib geduckt. Bleib geduckt wie... Hoffentlich ist es hier... Rugby-Spieger. Laufen die nur geduckt, oder was? Hoffentlich ist es hier jetzt zu Ende. Weil ich habe keine Lust, nochmal die Library zu spielen. Aber müsste es eigentlich, oder? Oder sterbe ich jetzt? Boah, ich dachte gerade, da wäre was gewesen. Ist hier ein Glas, oder so? Nein, nein. Da ist was grünes. Exit. Wie viel Exit gibt es denn noch? Der lügt mich hier an. Die Schritte werden lauter. Ja. Will ich hier lang. Ansonsten, wie geht es dir? Gar nicht gut gerade. Da ist ein Aufzug. Letztes Mal ist der Shaitan hier aufgetaucht beim Aufzug. Stimmt. Wenn ihr euch erinnert. Lol, guck mal. Nee, nee. Lieber nicht, oder? Jetzt drück. Einmal. Alter, wie ist es die... Geil, Alter. Tschüss mich voll. Alter, ja geil. Nochmal. Mach das nicht. Das ist laut. Jetzt komm, Digga. Du willst so lachen. Junge. Haben wir es geschafft? Bitte haben wir es geschafft. Ja. Alter, nice. Jetzt kommt nämlich das Unerwartete. Und du musst noch 35 Minuten. Weiter geht's, weiter geht's. Das gefällt mir hier nicht. Das gefällt mir hier gar nicht, Freunde. Was ist das? Was war das? Das ist ein Wasser. Ich bin im Wasser, ja? Was war das? Das war wie so eine Spinne oder so, ne? What the fuck, ja? Was ist das für ein Geräusch? Bist du das? Was denn? Verarsch mich gerade, oder? Das ist nicht in-game. Das bist du mit dem Mikrofon. Aber was? Soll ich einfach raus? Das ist dieselbe Etage, nur unter Wasser, Digga. Vielleicht ist es das Level, was die Leute sehen wollen. Weißt du, was da kommt? Diese Schlange mit dem Gesicht. Ah, scheiße. Ist es das schon? Ich weiß nicht. Komm mal raus. Komm. Die Badezimmer. Sehr nice. Alter, die Mucke. Okay, komm, komm, komm. Ja. Hast du das gehört? Das hört dich wieder an. Ja. Oh, Mann. Wieso läufst du? Damit es voran geht. Okay. Alter, Digga. Alter, was? Junge. Boah, ich würde gerne abwechseln mit dem Level. Hörst du das? Ja. Okay, drück ja. Kann ich mich auf die Toilette? Das war dumm. Ich hör Steps. Soll ich da lang? Ja. Ich laufe einfach. Exit in Rot. Jetzt kann dir nichts passieren. Es ist immer gut. Okay, ich hör auf jeden Fall ein Tier. Wenn du das sagst, ich konnte ja in diese Dinger... Weiß ich was? Aber du sagtest, mir kann nichts passieren. Also vertraue ich dir da. Ich konnte in diese Dinger rein, ne? Um mich zu verstecken. Ja, Mann. Ne, und? Geh da schnell rein. Geh da schnell rein. Ich hab's auch gehört. Steht da was? Nee. Er ist in deinem Raum. Scheiße. Scheiße. Spaß. Was machst du? Das ist ein Frosch. Das klingt so, ne? Scheiße. Dicker. Was? Der kommt dir mal näher. Dicker, das gefällt mir gar nicht. Mal hier. Das bist du. Das bist du. Das bist wirklich du. Alter. Alter, was? Das ist Alufolie, Dicker. Du schreckst dich von Alufolie. Oh, Mann. Schreibt Alufolie. Ja, Geräusche finde ich super. Geräusche finde ich schlimmer als das Visuelle. Bist du es auch? Hallo? Hm? Hm. Alter, der frisst sich einfach voll, während er mir hier beim Leiden zusieht. War kein Geräusch davon. Wieso machst du es auf? War kein Geräusch davon von dir? Wieso kann ich nicht laufen? Weil ich dagegen halte. Ich dreh mich. Scheiße. Okay, egal. Also kein Geräusch davon war von dir? Auch die Spinne, nicht am Anfang? Nee. Okay. Also war noch kein Geräusch hier. Soll ich da wirklich lang? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich frage, was müssen wir auch machen. Vielleicht zum Licht lieber? Ich mache gerade keine Geräusche, versprochen. Soll ich hier lang? Ich habe Angst. Du entscheidest, wo ich lang gehe. Da, wo du gerade warst. Und zwar schnell, er kommt näher. Das sind Geräusche, die nicht von dir sind. Scheiße, meine Taschenmappe. Da oben an der Decke, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist aber kein Ton. Das muss schon... Oh, scheiße. Mal hinter dir. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ist auf jeden Fall ein Frosch, denke. Von rechts, von rechts. Er kommt von rechts. Ja, da. Er ist ganz nah bei dir. Boah, jetzt wird es spannend. Hallo. Okay, er ist weg. Bist du noch da? Ich bin da. Hast du Angst? Ja. Aha, der ist, glaube ich, hinter dir. Hier, meinst du? Genau. Also, eigentlich ist es ein guter Weg. Bist du dir sicher? Ich habe das Gefühl, der ist über mir. Über dir. Ich glaube, der ist jetzt direkt hinter deiner Wand. Ja, das könnte halt echt sein, ja. Hier geht es nicht rechts lang, ne? Soll ich einfach mal hier weiter... Ja, nicht, dass der gleich hinter dir aufkreuzt. Der kann sein, dass er da halt ist, ne? Und dann hier reinkommt. Was meinst du? Weiterlaufen. Ich vertraue dir. Du hast gesagt, hier, halt mal. Du schaust es. Wieso läufst du jetzt? Weiter, weiter. Der ist hinter dir. Ja, aber es kann ja sein, dass es hier nach rechts geht. Ja, geht's auch. Nee, sag das. Nee, geht gar nichts. Okay, zurück. Also müssen wir zurück. Denk dran, du kannst die Föhn-Dinger benutzen, um Geräusche zu erzeugen, damit du ihn verarschen kannst. Das ist kein Frosch! Was ist das, Digga? Oh, scheiße. Alter, was ist denn das? Auf jeden Fall kein Frosch. Sackgasse, wenn der hier reinkommt. Der kommt schon nicht rein. Nein, das ist kein Frosch. Soll ich ihn beobachten? Soll ich gehen? Hier ist ne Sackgasse. Da kommt der nicht durch, oder? Jetzt so. Zack. Das heißt, er ist hier... Klingt so, als wäre er da links eigentlich, aber... Junge, wie krank? Der kommt jetzt wieder raus, wahrscheinlich vorne. Nee, jetzt ist er wieder links, ne? Digga, Digga. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich will eigentlich, dass er da nach rechts läuft, weil ich eigentlich nach links will. Weil von rechts kommen wir ja. Stimmt. Soll ich warten, bis er vorbeiläuft? Ich würde weiter gehen. Noch weiter? Warte ganz kurz. Ja. Noch weiter. Jetzt klingt das so, als würde er gerade rausgehen. Ja? Ja. Sicher? Sicher. Du willst, dass ich sterbe, also? Für mich klingt der jetzt aber anders. Der klingt immer gleich. Okay. Wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Also du sagst jetzt, links ist kein Monster. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich bin ein Spind. In so eine Toilette. Und lass es offen. So halber offen. Geht das? Offen. Oh, fuck. Die ging. So. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt ist er bei dir, glaube ich, drin. Hat er gerade eine Tür geöffnet? Nee. Sicher? Ich mach zu. Ich hab zu gemacht. Der ist hier irgendwo, oder? Der ist recht nah. Jetzt geh ich da raus und guck, wohin er geht. Ich glaube, er ist wieder nach links gegangen. Ja, glaube ich auch, nämlich. Geh auch nach links. Warte, warte. Jetzt gerade nicht. Okay. Scheiße. Alter, was? Okay. Mach das Level mal spielen. Nee, du musst die ganze Folge alleine. Wann ist es zu Ende? Noch 25, also noch eine halbe Stunde. Die Badezimmer. Kann ich dir ein bisschen helfen? Ja, bitte. Ich glaube, niemand wird, niemand ist böse, wenn ich dir ein bisschen helfe, oder? Die haben doch gesagt, du sollst mir sogar helfen. Ja, okay, dann helf ich kurz. Mit mehr Abstimmung sogar. Nein. Was sieht das? Wieso sieht es jetzt so anders aus? Oh. Da könnten wir rein, ja. Kannst du dich damit abwärts? Okay, das hat Geräusche gemacht. Okay. Nee. Ich glaube nicht. Oder ist es denn? Ich höre ja. Das war immer so. Okay. Das Layout ist halt ganz anders jetzt. Das ist alles enger hier. Was müssen wir denn machen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich den Ausgang finden. Ohne zu sterben. Schätze ich jetzt mal. Scheiße, Bruder. Scheiße. Von dort kommen wir. Alter. Alter. Alter, was? Von hier kommen wir. Das ist der Anfangsdruck. Hab ich es falsch gehabt? Ja. Kann sein, ne? Also jetzt links lang dann doch. Ich hab dir vertruht. Tut mir leid. Ich hab dir vertruht, Digga. Alter. Das hast du, gell? Ja? Alter. Aber gute Lösung, damit es lädt. Äh. Dauerschleife. Äh, jünger, was? Ah, ist es deswegen immer... Vielleicht, das kann sein. Sind wir wieder hier? Ja, vielleicht gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich ist es wie so eine Teleportation, aber es gibt nur so und so viele Schächte, wo wir raus können. Mach's jetzt die ganze Zeit. Ja. Okay. Ja, der sieht größer aus, als er klingt, Digga. Finde ich. Okay. Ist das eine gute Idee? Ich glaub, das ist keine so gute Idee, Sascha. Ich glaub, das ist gar keine gute Idee. Das ist gar keine gute Idee. Schau, 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 schau. Oh. 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 Kann man ihnen weiterhelfen? Geh nicht zu nah an den Rand. Nicht zu nah an den Rand. Ich pfiffen. Wer sieht dich? Wieso pfeist du? Der sieht mich genau, gell? Ja, natürlich, Digga. Geh nicht zu nah an den Rand. Geh einfach. Geh einfach aus dem anderen Dings raus, weil jetzt ist er ja hier, oder? Da kommt noch mehr. Da hab ich mich letztens auch in der Toilette geklafen. Jetzt steht da die... Ah, geht nicht. Hast du grad gedacht, der kommt hier rein, gell? Ja, ja. Man sieht die Wellen, das ist doch auch interessant. Nee. Bruder, hast du ihn grad nicht gesehen? Ich glaub, der hat alles andere als Angst vor dir. So gehst du hier raus, eigentlich. Gibt es lieber welcher Sinn. Mann. Da ist er. Ja, 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 ja. Bitte. Alter, die Taschenlampe ist aus. Ah. Scheiße. Macht's gut. Ist er hier safe? Hm, komisch. Sieht aus wie der Anfangsraum, wo wir ganz am Anfang reingekommen gegangen sind. Stimmt. Um hier reinzukommen. Was müssen wir denn machen? Oh, ich dachte grad... Oh, ich hab mich grad so erschrocken von dem Wasser einfach nur. Oh, hier gibt's nix zu machen, gell? Schau mal, ob es hier irgendwas gibt. Ich glaub, wir müssen einfach nur rausfinden. Ja, entkommen. Wo? Wir haben's vielleicht durch die Toiletten? Nee, nee, nee. Wir haben nur noch... Alter, dieses scheiß Wasser, was da runterkommt. Safe nicht durch die Toiletten. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts gewesen, ne? Auch kein Schacht oder so. Scheiße. Er war rechts. Er ist rechts lang gegangen, ne? Da müsste er sein. Ja. Da, wo du lang musst. Scheiße, Bruder. Stimmt, da waren wir noch nicht. Boah, Alter, das ist Wasser, Digga. Was war das? Exit, Exit. Keine Ahnung. Ah! Warte. Vielleicht hast du's gleich. Ja, bitte. Ein Brett. Hä? Wir müssen das Wasser zum Steigen bringen. Hm. Maybe there's a way to raise the water level. Ja? Alter. Wie hättest du's prediktet? Aber wie krieg ich das Wasser zum Steigen? Alle Toiletten anmachen. Alter. Und überschwemmen die. Du hast nicht recht recht. Vielleicht, oder? Linksklick. Okay. Scheiße. Renn, renn. Der kommt hier nicht durch, oder? Hoffe ich. Ist das gestiegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es muss ja irgendwas damit zu tun haben, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du die Toiletten spülst, dass es dann steigt. Aber wie viele Toiletten, ist die Frage. Da gab's noch ein paar um die Ecke, ne? Wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich alle, ja. Digga, scheiße, Mann. Das macht jedes Mal Geräusche. Oder kannst du einfach dich hochbaggen mit den Mülleimern? Nehmen wir einfach so zwei, drei Mülleimer, stapeln die aufeinander und klettern hoch. Ich hab's probiert. Level auch geschafft. Ja. Kann man die da nicht mit durchnehmen? Ich glaube, du kannst die nicht durchnehmen. Gleich durch die Mitte. Bitte, bitte, Entwickler, hab nicht dran gedacht. Scheiße, er hat dran gedacht. Er hat genau dran gedacht, Digga. Wenn der Entwickler das Video zieht, lacht er sich ins Fäustchen. Ja, wahrscheinlich, ja. Die hast du gespült, ne? Die links, links um die Ecke. Oder ist es das Waschbecken, was ich anmachen muss? Was ist das denn? Das ist doch alles. Was ist das? Aha. Guck mal hier. Ah. Glaub eher, oder? Vielleicht alles? Geh, renn, renn. Du hast dir den Weg versperrt. Gleich machst du die Mülltonnen ein bisschen zur Seite. Alter. Der ist direkt da. Du brauchst eine neue Batterie. Ich glaube, der kann da nicht durch. Ich hoffe. Ja, ich glaube auch. Das mit den Waschbecken würde Sinn machen, ne? Vielleicht sind die Toiletten zum Ablenken und die Waschbecken sind da um, oder alles. Vielleicht auch Toiletten. Es wäre geil, wenn es so eine kleine Erklärung gäbe jetzt. Ja, Mann. Wenn da so ein Zettel hängen würde in diesem Finalraum. Du musst alle spülen. Aber es macht schon Sinn. Wenn es jetzt immer noch läuft, macht es Sinn. Es läuft nicht mehr. Die hast du schon. Mach mal die anderen Toiletten noch, die hier in dem Raum sind. Also die an der Seite und die, also spülen da oben bei dem Knopf. Mach gerade die andere noch. Und die noch. Und renn. 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 Wieso rennst du nicht? Ich glaube, das bringt nichts. Schau mal auf die Treppe. Und auf das Licht. Ja, das hat nichts gebracht, glaube ich. Ich kann es jetzt noch. Ich kann es wieder machen. Das macht keinen Sinn. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Hä? Aber es... Steht da irgendein... Steht da irgendwas? Caution Wet Floor steht da oben, ne? Einfach nur. Wie kann man das zum... Ist hier irgendein Hinweis im Raum? Ich glaube... Nee, glaube nicht, ne? Hä? Das ist einfach gedreht. Ich glaube, wir müssen die Wasserhähne anmachen. Das eine einfach... Das sind so viele Toilettenräume da. Alter... Alter, renn! Alter, plötzlich steht er da im Gang. Alter, scheiße. Ja, die Wasserhähne. Ja, das würde irgendwie am meisten Sinn machen, ne? Du glaubst, es hat gar keinen Sinn. Ja. Renken? Was? Ja. Ja! Darf ich dir deine Toilette... So viele Wasserhähne? Ja! Die Toiletten haben nämlich auch dann kein Wasser mehr drin. Stimmt. Wenn du sie gespült hast. Und bei dem Wasserhahn... Stimmt. ... kannst du immer wieder anschalten. Ich muss mal testen, ob ich den nochmal spülen kann. Ja. Vielleicht nicht jetzt. Okay. Nur ist mal von, Freunde. Dicker. Warte doch. Er kann nix mehr. Ach ja? Loser! Okay, es geht immer noch. Kannst du also. Aber es ist kein Wasser mehr drin. Woh? Was ist der jetzt rein? Was ist der jetzt? Ich bin hier im Brotten. Der hat die Spülung ausgemacht wieder. Aha! Oder? Und der hat den Dings verschickt. Ah! Dicker! Alter! Okay. Boah, da hat er dich kurz gefrankt, Digga! Alter! Boah! Boah, plötzlich die roten Augen! Boah, da habe ich mich gerade echt erschrocken, Kurt. Ich habe es gemerkt. Geil, Alter! Wie geil! Eigentlich müsste ich ja spielen, ne? Stimmt. Kann ich einfach Parcours machen. Alter, ich dachte gerade... Alter, ich probiere es. Unmöglich. Wir machen Bug-Using. Komm! Wir machen jetzt alle Wasserhähne und Toiletten dann. Alle Wasserhähne und Toiletten? Und Toiletten. Okay. Ich habe ihn gesehen, seine langen Beine. Ich zeige dir, wie wir das machen, okay? Okay, okay. Ich lasse dich übernehmen. Ja. Ja. Da ist er. Ja. Ist der Plan zu flüchten? Oh, Digga. Digga, Digga. So machen wir das alles, okay? Da ist eine Batterie. Da sind ein paar Waschbecken. Ähm. Da sind ein paar viele Waschbecken, Digga. Das ist keine so geile Idee gerade. Glaube ich! Boah, Digga, okay, okay. Plötzlich war er da, Digga. Glaubst du, es hat was gebracht? Ich hätte es gern gesehen, ob es was gebracht hätte. Boah, ich muss noch das Fenster zumachen, Digga. Der ist da draußen und ich schrei wieder. Batterie. Erstmal eine Batterie mitnehmen. Kommt der jetzt direkt? Guck, es geht da rein. Zeit aus. Kurzen Zeit aus. Aber guck mal, mach sie nochmal an, bitte. Schau mal. Schau mal hin. Es macht auch keinen Sinn, da passiert nämlich nichts. Es geht ja ins Rohr rein. Ja, stimmt. Hä? Vielleicht mit Seife. Die Umgedrehten machen Sinn. Stimmt. Weil die gehen nicht ins Becken rein. Die Umgedrehte Toilette? Ich bin gleich tot. Warum? Habe ich gerade probiert, da ist aber nichts drin. Warum bist du gleich tot? Weil ich ihn höre. Weil ich hier die ganze Zeit Geräusche mache. Ich probiere mal die. Nee, guck, da kommt auch nichts raus. Ich mache es einfach voll mit so Spülmittel. Okay, ich lasse es. Ich habe wieder den Soundbug übrigens. Okay. Okay. Na gut. Okay. Hier am Anfang des Spiels. Okay, er rennt einfach. Das bin nicht ich, Freunde. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ich bin von den Toiletten überzeugt. Ich glaube, die Toiletten sind der. Ich glaube, wir müssen alle verkehrt rum ein Waschbecken anmachen. Das könnte auch. Ja, entweder das oder das. Das sind die Behinderten-Toiletten. Du siehst du ihn? Nee, noch nicht. Wie ist die Tür offen? Der kommt aber gleich bestimmt. Glaubst du, er sieht mich? Ja. Echt jetzt? Der hat mich doch sogar gesehen, als ich... Hä? Aha. Ah, Fragezeichen. Brett. Klopapier? Maybe. Verstopfung? Nee. Fragezeichen. Fragezeichen Brett. Das ist aber nur der Raum abgebildet. Aber wieso ist der hier drin abgebildet? Vielleicht doch die Toiletten. Du stehst jetzt gerade auf einer Toilette, ne? Ja. Aber er kommt auch nicht. Was passiert denn, wenn ich die Toilette... Schon wieder. Was passiert? Es spült runter. Es kommt auch wieder. Ah. Okay. Dann bin ich tot. Letztes Mal hat er mich gegrabt, als ich hier drin stand. Ähm. Alles klar. Alter, Junge, ich dachte, der übersieht uns. Alter, ja. Er wollte nur die Tür öffnen. Hä? Warum steht jetzt in der Toiletten-Innentür... Weißt du, warum? Ja, ja. Weil er hat's ja auch gesagt. Maybe we... Äh. Bla, bla, bla. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist mir schon... Das heißt... Klar. Aber wie? Ist die Frage noch so ein bisschen. Ups. Alles klar. Entschuldigung. Müssen wir bestimmte Sachen nur. Nur die Toiletten, wo das Ding drin ist? An der Innentür dieses Gekritzel vielleicht? Oder immer jedes Waschbecken, was... Okay, dann probier erst mal jedes Waschbecken, was umgedreht ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Okay. Hast du dich auch erschraubt? Ja. Ich auch. Ich denke halt... Ich denke halt, ähm... Dass... Wenn du die Toiletten spürst, dass es an irgendeiner Stelle so mäßig überschwimmt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist wie so ein großer... Aha! Ah, da ist was! Vielleicht gar nichts davon. Vielleicht einfach nur ein Rad drehen. Es steigt. Und er kommt. Du musst weg. Du musst weg. Steigt's wirklich? Ja, ja. Aber ist es das einzige Rad, was wir aktivieren müssen? Die Frage ist, wie viel müssen wir das steigen lassen? Äh, und wie überleben wir? Scheiße. Ja. Oh. Ja. Müssen wir schwimmen? Gleich. Soll ich es doch wieder ausmachen? Okay, nee. Es geht automatisch aus. Das wird die Höhe sein, oder? Ich glaube auch, Digga. Das Problem ist, jetzt müssen wir noch den Raum finden. Wo war das? Das ist nicht mehr hier. Das ist was... Ein ganz anderes Level, ja, jetzt. Glaubst du, die Freundin ist ein Sauer, wenn ich suche? Wo sind wir hier, Digga? Nee, nee, nee. Ich glaube, wir sind ganz happy, dass was Spannendes passiert. Warte mal, der läuft auch nicht mehr. Der schwimmt jetzt nämlich. Du hast recht. Oder auch nicht. Scheiße. Wer galoppiert jetzt einfach? Ja, ja. Ja, willst du das wirklich da lang? Also, ich glaube, da ist die richtige Richtung, aber... Da ist halt auch er. Da ist auch er. Er ist da. Ähm. Ja, jetzt ist es einfach nur hoffen, ne? Da war er. Da ist er. Okay, geh einfach. Ich hoffe, er ist der Einzige, der hier jetzt rumläuft. Scheiße. Tür. Ja. Bisschen kritisch gerade. Ja, geh einfach, geh einfach. Die Batterie ist fast leer. Wie geht's euch? Bitte, wir müssen nur diesen Ausgang finden. Okay, jetzt sind wir hier. Bitte. Das ist der Anfangsort. Das ist ganz der Anfang. Wenn du jetzt links gehst. Hier ist nichts, nur das Scheiße. Hä? Und durch die Dings können wir nicht mehr durch. Soll ich es probieren? Ja, wir schaffen es so. Probier es mal, ja, oder? Okay, wenn du meinst. Ja. Was traust du mir? Wenigstens wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Ja. Interessant. Da kamst du gerade her, oder nicht? Hier sind doch... Ich hab's geschafft. Ja! Ja! Alter, okay, ich sag nie wieder was. Okay, komm schon. Du musst es jetzt zu Ende machen. Okay, okay. Okay, okay. Alter! Ja! Wir sind hier draußen! Draußen! Wir sind hier draußen! Wir sind hier draußen! Digga, bin ich erleichtert! Wir sind hier draußen! Das war Level 3! Es gibt 4, 5, 6 noch! Sechs! Level sechs! Alles klar! Okay, du spielst wieder! wieso soll ich denn was muss mir sind wir eigentlich wieder hier in der stand karte das sieht aus wie das sieht eins zu eins aus wie dieses andere wo wir am anfang waren oder nur dunkel digga ich hab so das gefühl werden gleich direkt die scams wieso ist die tür offen? wieso ist da ein zettel? wieso ist da eine batterie? hallo? hallo ist hier jemand? ich bin hilflos, meine batterie ist echt boah alter wie dunkel, okay mach doch das licht aus das ist die hölle oder nicht? okay das ist jetzt weiter boah kein plan digga wir sind gestrandet hier ohne essen und trinken alles was sie mir gegeben haben ist eine blöde Taschenlampe und ein Kompass da ist ein ding ja eine sache die sie mir gesagt haben wenn du es lebend hier rausschaffen willst ein Kot? musst du diese diese Kots in dein Gehirn rein pflastern aber sie sind durchgestrichen die Kots sind mehrere Kots scheinbar das heißt die müssen wir jetzt erstmal finden was ist los? was ist los? was ist los? was ist los? hallo? ist da jemand? boah digga das kam nicht meine batterie ist komplett leer es ist weg es ist wenns dunkel ist dann passiert das ok 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 da ist irgendwas offen wo ist das ding? weiß ich nicht weiß ich nicht Leon es kommt es kommt wo ist das? ich komm hier nicht durch ich komm hier nicht durch mach auf mach auf mach auf und zu mach zu ok was ist das dumm? zu machen dumm? ich weiß nicht es kommt rein es kommt rein scheiße 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 ja 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 er hat die Tür wieder aufgemacht scheiße scheiße Leon was passiert hier? mach die batterie rein mach die batterie rein mach die batterie rein die batterie rein ja ja aber er ist weg wenn du die batterie wenn deine tasche lungs an ist ist er weg Ja, aber wie oft soll ich denn die Batterie wechseln? Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einfach nur durchrennen. Okay. Du. Nee. Ah. Was? Hallo? Ah, einfach. Ah, wir sind schon hier. Hier war nichts, gell? Keine Ahnung. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist der Brief? Scheiße, scheiße, scheiße. Hier, da war er. Hast du ihn gesehen? Ja, 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 ja. Ich renne einfach. Renne einfach. Wieso wird alles so komisch? Geh da hoch. Was macht der für Geräusche? Okay, okay, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Deine Batterie ist gleich leer. Deine Batterie ist gleich leer. Keine Ahnung, Bruder. Kannst du da irgendwo an der Seite rein? Was ist das da? Easy, easy. Easy, sagst du? Easy? Deine Batterie ist leer. Da ist er. Easy. Okay, okay. Da kannst du nicht rein, ne? Okay. Okay, renne einfach, renne einfach, renne einfach. Renn, renn wieder runter. Guck mal, wie schnell die Batterie ist. Alter, wie schnell. Da geht es nicht mehr weiter runter, ne. Okay, hier durch. Äh, ja. Da rein, ja. Scheiße Strom. I step in here, I get fried. Und jetzt? Oh fuck, scheiße. Raus, weiter geradeaus. Da war er, da war er. Da war er, ich weiß, ich weiß. Alter, ist das spannend, Direktor. Ja, und jetzt? Wir brauchen irgendwelche, wir müssen irgendwie den Strom ausstellen, hat er gerade gesagt. Oh, guck mal. Geh da rein, geh da rein. Kann er mir folgen? Ich weiß nicht, ich glaube schon, ich denke mal schon, oder? Mach eine neue Batterie rein, notfalls. Sicher? Mach eine Batterie rein, ja, ja, ja. Wir haben nicht mehr viele. Okay, okay. Okay, okay. Oh, Digga. Wo geht es hier lang? Okay, mach auf, mach auf, mach auf. Ja, jetzt mach auf. Okay. Wo sind wir hier? Kannst du die Lichtschatte anmachen? Nee, egal. Egal, egal. Nee, geht eh nicht. Ah, doch geht. Aha. Können wir ihn da mit verscheuchen vielleicht? Ja, safe. Das sind so safe rooms. Wir müssen die Lichtschalter anmachen. Denkst du? Ja. Ich denke, der macht das Licht einfach aus, wenn er Bock drauf hat. Was ist da links? Halt, da hinten, da hinten ist so ein Stromdings. Hier. Oh ja. Vielleicht können wir hier... Warte, hier ist safe eine Batterie drin. Oh Mann. Oh Mann. Okay, beeil dich. Beeil dich, beeil dich. Vielleicht ist es eine Falle. Batterie aus. Strom? Ja. Ja, ja. Da ist ein Kasten, da an der Wand. Rechts. Digga. Ja. Soll ich selber steuern? Da. Hier. Nee, okay, mach weiter, mach weiter. Oh, oh. Mach weiter. Ah. Nein, nein, lass zu. Okay, du musst ding. Ich weiß nicht, wie man das anmacht. Was denn? Da ist eine Batterie, da sind zwei Batterien. Er kommt, er kommt. Mach's aus, mach's aus. Mach's aus, es ist aus, oder? Ich weiß es nicht. Ist es aus? Mach nach unten. Ja, okay, jetzt ist es aus, auf jeden Fall. Nee, nee, mach nach unten, mach nach unten, ist es aus. Er kommt. Okay. Ja, renn durch, renn durch. Okay. Zum Dings wieder. Okay. Okay. Renn, scheiße, 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 scheiße. Wo war das? Wo war das ungefähr? Ich weiß es nicht. Ungefähr. Ich weiß es nicht. Renn. Ja. Renn weiter, 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 weiter. Ja. Ja. Das ist weird gerade. Äh, hier durch wieder. Jetzt nach links. Ja. Ja. Ist es mir leid. Bitte. Ja, alles gut, Bruder. Jetzt mach gleich wieder. Ja. Und jetzt geh ins Erste rein. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, ja. Okay. Jetzt hier raus. Hoffe ich. Okay. Geht's? Keine Ahnung, Bruder. Weiter, weiter. Ja. Was machst du? Was ist das? Eine Kugel. Scheiße. Okay, jetzt? Hier lang oder da? War das nicht hier? Das war doch da links. Nee, oder? Hier. War das nicht hier? Ja? Hier? Oh ja. Oder? Ja, wir haben es geschafft. Let's go. Komm schon, bitte. Ja. Oh. Alter, war das Level stressig. Nur sieben Minuten haben wir gebraucht. Alles klar. Du weißt, was jetzt passiert. Ja. Jetzt bist du dran. Nee. So? Oh, guck mal. Ich hab gespielt. Jetzt ist Sascha wieder dran. Oh, ich spiele auch. Okay, ich lauf, Freunde. The pool rules. Da steht irgendwo. Alter, ich hab mich grad erschrocken. Dacht, das wäre ein Monster. Was? How do I get to the balconies? Alter, Digga. Wie schnell haben wir bitte das geschafft? Also, wenn da jetzt keiner schreibt, krass. Dann weiß ich auch nicht. Wir haben das so schnell grad gepusht. Ja. Ich bin grad selber erstaunt. Bei Exit. Ja. Ja, probier mal. Denkste? Ich hab Angst. Hallo? Das ist doch Gas, oder? Wie sterbe ich denn nicht? Hui. Tod. Hui. Okay. Scheinbar war das nicht der richtige Weg. Wahrscheinlich. Geh noch mal dahin. Schau's dir mal an. Ich glaube, das ist das Exit, aber wir müssen diese Gas-Wasserleitung ausschalten. Ja, ja, das ausschalten. Ja, ja. Wieso wär's hier, mein Freund? Geiles Fonten, ey. Warte. Hilfe. Hilfe. Was passiert? Hast du einen Screenshot gemacht? Nee. Geleckt gerade. Geh mal hier weiter. Geh mal ins Dunkle. Ist die Batterie an? Ja, aus. Was höre ich hier? Was? Das Klatschen. Und ich war doch gar nicht im Wasser. Hallo? Was ist das? Was ist das? Bin ich das? Oder ist das was anderes? Ich glaube, jetzt wird's richtig krass. Du weißt, was hier passiert, gell? Don't open your eyes underwater. Du weißt, was hier passiert, gell? Ja, ich weiß, was hier passiert. Ja? Das hab ich schon mal wo gesehen, ja. Von einem Japaner, der das Spiel auch gespielt hat. Stimmt. Boah, ich weiß nicht, wo lang, Digga. Du bist so unentschlossen. Hier will ich nicht. Ja, ich weiß halt nicht, wo lang. Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Ja? Aber ich will nicht ins Wasser, ist das Problem irgendwie. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Soll ich einfach mal da rüber? Okay, Sascha ist ins Wasser gelaufen. Leon, was war da? Rechts. Ah, das sah aus wie eine Frau. Guck mal nach hinten. Okay. Was steht da an der Wand? Da? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Kannst du im Wasser rennen? Ich will hier rein eigentlich. Okay, geht, ja. Ja, kann ich hier einfach durch? Ja. Guck mal, das sah aus wie ein Pfeil, ist aber kein Pfeil. Hier geht es gar nicht lang. Scheiße. Hallo? Guck mal da. Ja. Was ist das da an der Wand? In dem... Das sieht aus wie so ein Tunnel. Hier, gell? So eine riesen Pessoa-Toilette. Alter, ja. Ich muss auf Toilette. Was ist da? Scheiße. Scheiße, 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 was ist das los? Kannst du da rein? Scheiße. Links, 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 rechts, rechts an der Wand, links, rechts an der Wand, links, rechts an der Wand, rechts an der Wand, rechts an der Wand, rechts an der Wand, da, ja. Hier. Kannst du es öffnen? Nee. Jetzt Licht. Ah. Soll ich da mal lang oder das Viecher? Da ist es, da ist es, Digga, ist direkt vor dir. Oder? Ist es? Das ist doch wieder so ein Ding, ne? Okay. Also, keine Ahnung, Bruder. Ja, ja, die gehen wir hin. Jetzt hat die Angst. Die gehen wir hin. Ja? Hallo? Ich komme in Frieden. Also, was haben wir gerade gesehen? Keine Ahnung, das war so ein komisches, so ein... Wie so ein Mensch ärgere dich nicht, Mensch, in den Schwarz, oder? Ist das eine gute Beschreibung oder eine schlechte? Soll ich da mal runter? Ach, das ist schon geschafft. Ich glaube nicht. Was höchst du? Soll ich da runter? Ja, 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 ja. Okay. Oh, Alter, ich dachte gerade... Okay. Hallo? Hast du da jetzt reich? Ne, Quietsche-Enter. Könntest du da hin? Soll ich mal probieren? Ich glaube schon. Ja, ist lobo. Soll ich? Wutsch lieber noch eins weiter. Soll ich nicht. Okay, okay. Und Codex-Entry. Tab. Mach ich das auf? Tab. Und dann da das Buch öffnen. Taucherbrille plus... Plus Dunkel gleich Seen. Ne, da steht nur plus Auge und Mond. Und also Taucherbrille plus Seen. Plus wenn du den Mond siehst. Vielleicht. Okay, noch check ich es nicht. Taucherbrille. Scheinbar brauchen wir aber eine Taucherbrille. Da stand auch, dass man... Ja, da hinten, ne? Ich gehe mal hier weiter runter. Hallo? Oh, shit. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das gefällt mir nicht, Sascha. Da geht es nicht lang, ne? Ne. Was war da? Guck mal da. Ja, da hinten. Ja, genau da. Da. Da stand was. Ganz hinten. Guck mal von weiter weg. Gehen wir auch mal ins Wasser. Auf die andere Seite. Ja, genau. Ja, guck mal so, genau. Scheiße, sie kommt. Äh. Äh. Ähm. Was mache ich jetzt? Geht weg, oder? Ja. Scheiße, Bruder. Oder wartet die auf... Sie kommt. Scheiße. Scheiße. Geh, dreh um, bitte. Was ist das, Digga? Was ist denn das? Das ist eine Schlange mit einem Kopf. Nein. Doch. Ich muss hier weg. Oh, sie dreht um. Boah, ich habe Angst, dass wenn ich ins Wasser gehe, dass die direkt auf mich losstürmt. Weißt du, ich meine? Digga, beweg dich doch nicht. Ich renne jetzt darüber. Okay. Und wir gehen jetzt in die Tür hier links, okay? Okay. Ich höre was. Red dich um. Easy. Easy. Ich kann da nicht rein! Wieso macht der mich auf? Geh rein jetzt. Wieso bewegst du mich? Ich mach nichts. Mach du dann. Ich mach nicht. Du hast bewegt, du hast bewegt, du hast deine Maus. Hör auf! Ich mach mich. Du machst, Digga, du bist so ein Arsch. Ich hab nichts gemacht. Du hast was gemacht, safe, natürlich! Natürlich hast du was gemacht! Wieso kam ich dann jetzt so easy rein? Ich geh jetzt hier runter, okay? Mir ist alles egal. Okay, nice. So, mach die Augen nicht auf im Wasser, weil sonst bist du tot, hieß es. Ich geh zur Creature-Ente. Die hilft mir. Die beruhigt mich. Nimm sie mit. Ja, super. So. Geil. Freunde, wir machen das Level jetzt ganz schnell, okay? Alter, nice. Hier ist nix. Hier ist einfach nix. Hier ist niemand, ne? Gar kein Problem, gar kein Problem. Gar kein Problem! Keine Probe... Kein... Problem. Okay, ich seh halt nix mit der Küche-Ente. Alter, was war das? Alter, kriegst du sie. Was ist da links? Hinten? Im Eck? Okay, egal. Ja, da geht's weiter. Das ist der Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Friend? Nee, das ist kein Freund. Okay, ich bin hier. Was ist da? Interessant. Ah, das sind die Flamingos, oder? Da ist der... Da seh ich irgendwelche Sachen. Was war das? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ali, hallo, Freunde der guten Unterhaltung. Also, es ist wie so ein Rundgang. Das ist wie ein Rundgang. Da drüben war das Viech, oder? Oder nicht? Nee, keine Ahnung, Bruder. Die Quietscher-Ente versperrt mir die Sicht ein bisschen. Leon? Ja? Hier flüstert was. Hast du's gehört? Scheiße. Hallo? Scheiße. Ich hör irgend so'n Schrank. Es flüstert. Es flüstert. Oh, nee. Das ist eine Pasel-Sprache. Da hinten ist sie. Ja, das ist eine Schlange. Das ist ein Pasel-Mund. Sie ist weg. Jetzt kommt sie wieder. Also, es ist doch was da rechts in der Tür. Guck mal in die Tür. Rechts. Bei deinem Freund da. Rechts. Ja. Also, hier meinst du? Und noch weiter rechts. Ist da was? Guck mal nach rechts. Ah, okay. So, hier. Nein. Ja, was redet dann über uns? Nee. Wahrscheinlich ist die hier neben irgendwie. Oh, ja. Das kann sein. Da, wo ich gerade herkam. Da war sie ja auch, ne? Oh, Mann. Also, hier um die Ecke. Nimm deine Quietsche. Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Nimm deine Quietsche und geh in den großen Raum. Hier? Ja. Hallo, ich habe keine... Oh, bist du raus, oder? Nein, nein. Was war das? Ich war nicht mehr noch weiter. Kann ich hier irgendwo hin? Nee, da waren wir schon. Das war eine Riesen-Sackgasse. Nee, da waren wir noch nicht, nämlich. Aber du, I get to the back. Nies, das war beim letzten Level am Anfang. Da war eine Sackgasse. Es geht nur hier rein, okay? Dann geht da rein. Und da war erstmal dieser schwarze Lego-Standchen. Ja. Aber in dem großen Raum war doch die Schlange, oder nicht? Da sind wir jetzt wieder da, wo die Schlange vorhin herkam. Das heißt... Da war die Schlange vorhin. Also soll ich nochmal hier rein? Ja. Nee, ich kann meine Quietsche entdecken. Geh nochmal in den anderen Raum. Geht es da weiter? Nee, da kommt man ja runter. Geh dich mal um. Okay, gut. Du machst es gut, Digga. Du machst es sehr, sehr gut. Okay, 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 Freunde. Wie fühlst du dich? Ich fühl mich ein bisschen fehl am Platz hier. Lauf mal wieder da zurück. Da vorne. Mit oder ohne Quietsche entdecken? In den großen Raum. In den großen Raum, meinst du? Ja, genau. Und dann geh nochmal dorthin, wo du ganz am Anfang warst. in diese gebogenen Gänge. Gebogenen Gänge. Geh nochmal zurück. Mhm. Genau. Ja. Weiter, 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 weiter. Sehr nice. Hier war die Schlange letztes Mal. Ja. Weiter zurück. Weiter zurück. Ja. Weiter, 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 weiter. Hier links meinst du. Ja, aber da hätte ich von der anderen Seite jetzt hergekommen können. In das, in das da? In die Tür da? In das rechte? Was höchst du hier? In das rechte? Ja. Da kam ich doch her mit meiner Ente. Ah. Okay. Hier war doch meine Ente. Ah. Okay, dann geh in die Tür. Sorry. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen eigentlich ins Labyrinth hier. Welches Labyrinth? Da ist was. Was denn? Da ist was. Da vorne. Ah. Was ist das? Hey. Werf mal die Quietsche. Nein. Geh nicht weiter. Ja, okay, du hast... Oh, Alter. Keine Angst. Alles wird gut. Okay, geh dahin. Geh hier hin. Lass die Ente, Ente sein. Ente, 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 Ente. Okay, die wartet hier. Ja. Okay. Oh, nee. Kannst du weiterspielen. Okay. Wenn du mich so nett bittest, dann trinke ich kurz einen Schluck von unserem Holy Energy, Freunde. Okay, ich lau' weiter. Ich glaube, wir haben zu wenig Zeit dafür. Oh, nee, ich will da nicht. Lauf ruhig weiter, Digga. Nee, okay, mach du. Mach du. Ich muss kurz unser Product Placement noch... Hast du das gesehen? Ja. Was ist das? Das ist die Spiegelung einfach, glaube ich. Ah, lol. Ist das hell? Scheiße. Scheiße. Nimm die Batterie schnell. Was willst du mir sagen, hä? Was heißt das? Ich spreche es. Leider kein... Okay, du darfst wieder. Nee, 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 mach du weiter. Mach du kurz weiter, bitte. Digga. Bis ich dich lange sehe, dann darfst du wieder. Abgemilkt? Nee. Abgemilkt? Okay. Wir müssen irgendwas finden, um das auszuschalten, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Genau. Aber hier haben wir doch gerade jemanden gesehen. Nein. Das war auf der anderen Seite von dir. Wo? Hier. Wenn du hier gerade ausschaust, da hinten, in dem Raum. Aber stand nicht hier gerade auch jemand? Ja, ja, ja. Da stand auch jemand. Achso, das meinst du. Ja, ja. Und hier geht's auch nicht lang. Wohin müssen wir denn jetzt? Doch, da, 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 da. Aber da trau ich mich nicht rein. Warum? Weil die Schlange da ist. Okay, spiel du weiter. Nee, ah. Spiel bitte weiter, bitte. Nee, nee. Bitte. Wieso? Sonst spielt's einfach keiner von uns. Ist auch okay. Guck, hier kam ich doch her mit der Rutsche und so. Da waren wir noch nicht. Das ist doch ganz easy, Digga. Hier, Egg. Egg-Timer und Batterie. Batterie. Ist das mal nicht drauf? Kann man hier lang? Kann man da irgendwas machen? Nee, kann man nicht machen. Kommt von nur. Jetzt bin mir Sackgasse locken, hm? 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 Warum bist du das? Weil man doch nicht und, man darf doch nicht tauchen, während man die Augen offen hat. Ja, dann machst du zu. Ach so. Sieht jetzt anders aus. Ist wieder neu generiert, oder? Echt? Ja, ja. Guck. Scheiße. Jetzt sind wir woanders. Also es ist nicht die gleiche. Da ist ne Tür. Da ist ne Tür. Normale Tür. Linke, linke Dings. Da vorn. Ah ne, ah, okay. Auch ne Tür, ja, aber. Okay, okay. Da geht's hoch irgendwie. Also das ist nicht zu tief. Da könntest du rein, aber. Aha, okay. Das hat immer neu generiert, ne? Kannst du da in die Mitte rein, einfach reinhüpfen? Okay. Oh ja. Was war das denn? Keine Ahnung. Alter, okay. Wieder ganz anders. Wir spawnen immer bei nem Exit, so gesehen. Was war das? Wir müssen hier immer zurück dann, im Endeffekt. Aber was besuchen, frage ich mich. Wahrscheinlich irgendein Ventil oder so. Um die, um das Gas dort auszuschalten oder was auch immer das ist. Okay. Alter. Badeparadies. Willst du mit mir ins Badeparadies, Leon? Ja. Wieso ist da so dunkel? Da ist die Ente. Diesmal ist der Friend. Dieser Typ, der da stand, dieser schwarze. Was ist da vorne? Meinst du den da hinten? Ja. Ist es, ist es? Nein, nein, ist nur eine Toilette. Oder? Jetzt die Frage, soll ich da ins Dunkle oder hier lang? Geh erstmal hier lang, großer Raum. Schau mal, wie viele Gänge es hier gibt. Den kennen wir. Das ist gleich. Das ist gleich. Kann ich mich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Das sieht auch gleich aus. Ich habe irgendwas gehört. Aber hier ist keine Tür diesmal. Hier war eine Tür letztes Mal. Kannst du da hoch oder was ist das? Boah, Digga, ich habe wirklich Angst. Angst vor mir selbst. Interessant. Okay. Gehen wir wieder zurück, oder? Okay, ja, wieder zurück. Hier ist nichts. Das sind auch keine weiteren Gänge. Was ist hier? Scheiße. Digga. Ist hinter dir was? Hm. Also rechts, rechts. Warte, darf ich kurz schauen? Ja. Ob hier ein Durchgang ist, meine ich. Nee, okay. Lauf weiter. Okay. Wieso war die Musik gerade so anders wie bei dir? Ja, weiß ich nicht. Friend? Friend. Ich glaube, Friend ist mit diesem Typen gemeint, der da immer spawnt. Meinst du, der gibt uns so hin? Weise. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Okay, wo lang jetzt? Ins Dunkle, gell? Nee. Okay, gehen wir mal hin. Hier rein. Digga. Boah, scheiße, Bruder. Das ist schlimmer als alles, was ich jemals gezockt habe. Pass auf, dass da keine Tiefe stellen. So stirbst du da auch, ne? Was ist da unten im Boden gewesen? Da war so ein Kreis. Egal. Da darfst du nicht in die Tiefe stelle? Da darfst du nicht in die Tiefe stelle, ja. Pass auf, wem du was sagst. Okay, da ist nur ne Sackgasse. Das ist hier schon mal nicht richtig. Scheiße. Statt außenrum zu laufen, erstmal versenken. Okay, wieder in den Raum. Hörst du das? Ja. Okay, hier warst du noch nicht. Interessant. Doch, da warst du schon. Ah, nee, das war das letzte Level, was auch so aussah, ne? Nicht da rein, ja, genau. Da haben wir hier was. Da ist noch was, ein Wecker. Geil. Oh, fuck, das war knapp, gell? Ja, das war ein bisschen knapp. Kannst du mit den Deckeln was machen? Nee, gell? Was? Weißt du noch mal was? Batterie. Ist aber auch nur ne Sackgasse, hä? Also wieder zurück. Weißt du, wie? Okay. Wieder in den dunklen Raum. Ja? Ja. Okay. Geh mal links lang, ja. Ist hier irgendwas? Aha. Aha. Okay, ich hab vorhin ne gelbe Rutsche gesehen, wo man irgendwie rauskam. Warum liegt da einfach einer? Digga, was? Hallo? Der hat irgendwas in der Hand, glaub ich. Keycard. Okay. Geht's ihm nicht gut? Sir? Hallo? Geh mal weiter, oder? Geht's nicht mehr so gut, ja, ja. Rutschen oder hier runter? Ah, geht nicht. Wie du willst. Doch, du kannst ducken. Einfach unten durch. Nee, weißt du uns. Obwohl, wenn ich... Nicht, dass ich in das Tiefe voll, weißt. Ach so. So meinst du. Okay, aus welcher weißen Rutsche kommen wir? Ah, wir sind einfach hier unten. Da oben waren wir gerade. Okay, dann geh wieder ins dunkle. Wir haben ne Keycard, okay. Ja. Da ist sie. Da ist er, da ist er. Der Kopf. Die sieht ich. Ja, renn. Hier war doch nur ne Sackgasse. Hier war doch nur ne Sackgasse. Scheiße. Scheiße. Geh nicht ins Loch. Nein, ich geh nicht ins Loch. Okay. Weil ich das sah aus, als würdest du nach unten. Geh nicht ins Loch. Okay. Sie hat mich nicht gesehen. Jetzt spielst du wieder. Wieso? So. Wieso, Bruder? Wieso? Willst du spielen? Hier war echt nur ne Sackgasse, ne? Ja. Hier war nur ne Sackgasse. Eigentlich will ich gar nicht spielen. Woll ich weiterspielen? Nein. Zurück. Was leuchtet da? Geh nicht ins Loch. Zurück. Geh nicht ins Loch. So heißt der Titel von diesem Video. Pass auf. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sie kommt. Sie kommt. Lauf, lauf, lauf. Lass mich laufen. Scheiße. Ich kann nicht laufen. Mein Internet war gerade weg, weil ich so geschrien habe. Sch, sch. Du hast gerade gar nicht geschrien. Bei mir hast du gar nicht geschrien. Ich hab komplett geschrien. Ich hab komplett geschrien. Ich hab komplett geschrien. Ich hab alles mal weg bei mir. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sie hat mich. Sie sieht dich. Was jetzt? Äh. Scheiße, Scheiße, ja? Scheiße, ja? Schrei mal! Schrein mal! Schneller, schneller! Schneller, schneller! Schneller, alles gut. Achja? Aaaaaah. 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 Schnell, 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 schnell. Renn einfach, renn einfach. Ja, renn da lang. Ja? Oh, oh. Fuck, fuck, fuck. Digger, ich bin schneller. Scheiße, Sackgasse. Naaah, oh Digga da war noch ein Fies! Was war das? Das war der Friend. Alter hab ich mich grade erschrocken. Das ist echt schnell. Und den einen Schrei hast du gar nicht gehört. Ne man, ich denk einfach, wieso bist du so? Was können wir mit der Keycard machen? Mein Internet war grad komplett weg, deswegen. Such du mal bitte die neue Keycard. Ich will das aber nix. Herrlich, Freunde. Ja, ich will laufen wieder hier. Wer hat am 1. Juli 96 Geburtstag? Schreib's jetzt in die Kommentare. Guck mal, der, den wir am Ende gesehen haben, das war dieser Friend-Typ. Stimmt, und vor 23 Minuten kam noch die Folge raus, wo wir diesen Typ fronten. Welchen? Ah ja, genau. Du weißt genau welchen, gell? Batterie, sehr nice, Leon. Okay. Okay. Also ich hab so sehr geschrien, dass mein Hals gerade wehtut. Chlorin? Ja. Chlorin, aha. Das ist Chlor. Ja. Toilette soll er. Hier mal in diese Rutsche. Vielleicht finden wir hier wieder einen Typen, der rumliegt. Sehr, sehr nice. Alles klar, so wie ich's gesagt hab. Ah, Entschuldigung. Der hat ne Broken Goggles, der hatte Ah, zieh sie an. Cannot, was? Cannot be worn. Cannot be worn, okay. Kann man nicht anziehen. Dann geh ich mal hier wieder lang, oder? Irgendwie gruselig aus. Der Typ? Wir haben grad nen Kommentar bekommen, übrigens. Sie sind wie ein Zauberer, der in jedem Bild Kunst und Inspiration herbeiruft. Setzen sie die Machen in der Welt der Inhalte fort. Ich fahr aber kein Ford. Leute, deswegen kommentiert noch mal, damit wir die, sonst tun's die Bots. Ja. Ich spiel jetzt einfach mit Sonnenbrille, Digga, dann ist es nicht so schlimm. Du musst ins Dunkle, ne? Du musst ins Dunkle. Genau. Da, wo die Schlange ist. Ich mach mal. Oh, das wollte ich nicht. Krottel, Digga. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht pfeifen. Wieso pfeifst du jetzt? Ich hab nicht gepfiffed. Ich wollte das Inventar öffnen. Ich dachte, es geht mit T. Warum auch immer. Hallo? Ist sie da in der Mitte? Nee. Ja, oder? Alter, mein Internet ist die ganze Zeit. Immer links lang. Links, sagst du? Wenn ich mich kurz nicht bewege, musst du bewegen, ne? Was ist das in der Mitte? Keine Ahnung, ich will's gar nicht wissen. Da ist sie. Da ist wieder so ein Typ. Ah, ja, stimmt. Oh, okay, okay. Du hast dich gar nicht erschrocken, Digga. Oh, ne Rutsche. Ich geh mal in die Rutsche. Ja. Hier ist mal die blaue Rutsche. Davor war es die grüne Rutsche. Vielleicht finden wir hier was Neues. Hier ist nix auf dem Boden, oder? Auf unserer Ebene. Nee. Nee. Hier wieder in die Rutsche. Dann komm ich da raus wahrscheinlich, oder? Ja, wusste ich's doch. Immer links lang, John. Immer links lang. Da hinten ist sie. Bleib ruhig, bleib ruhig. Lauf einfach. Lauf im linken Raum. Sie ist auf der rechten Seite. Ich glaube, du sollst dich ein bisschen beeilen. Freund! Nee, kein Freund. Vielleicht ein Freund. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oder? Kommt sie? Guck mal nach hinten. Nee. Guck mal nach hinten. Hier ist ne Sackgasse. Was ist das? Das ist ein Schwimmbrett. Und da kommen wir, ne? Wenn sie jetzt gleich kommen, nicht Schockstarre bekommen, sondern wegrennen. Sieht aus wie ein Mischpult, Digga. Ja, man. Dein Home. Bisschen abmischen hier. Insert. Ah, Keycard. Keycard-Slot. Und wir haben keine Keycard. Ah ja. Doch, wir haben. Okay. Okay. Das ist ein bisschen laut. Geht's doch leiser. Ja? Sie kommt. Scheiße. Scheiße. Oh, oh, oh. Schnell. Schnell. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Doch, ich denke schon. Alter, wir sind hier im Badeparadies. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Scheiße. Was? Was? Scheiße. Scheiße. Scheiße, Sascha. Scheiße. Das waren nicht meine Schritte gerade, ne? Ja, das ist dieser Krabbler. Von Teil 2. Wollt ihr was aus der Mikrowelle? Wieso ist hier eine Mikrowelle, Digga? Aus Holz. Stimmt. Hä? Warte mal, warte mal. Auge und Mond. Darf ich mal? Auge und Mond. Darf ich mal? Das haben wir doch gesehen. Guck mal. Ja? Kannst du hier was reinlegen? Ja, Auge und Mond. Und dann müssen wir das... Ja, geh raus, geh raus, schnell. Nee, das ist es schon. Das haben wir doch im Buch gelesen. Digga, okay. Dann geh ich halt raus. Und jetzt müssen wir die... Mond, Auge und Mond. Mach an, mach! Das war doch die Plusrechnung. Jetzt draufdrücken. Hab. Was passiert jetzt? Haben wir das jetzt geschafft? Bitte, ja? Dann kommt wahrscheinlich was in dem Fernseher da. Guck mal, guck mal. Was im Fernseher ist. Scheiße. Mach auf, mach auf. Loll! Waterproof Camcorder Case. Ah, jetzt können wir durch die Ding laufen. Durchs Wasser. Ah, Alter, ja. Du bist so schlau. Willst du wieder zurückfinden? Okay. Ich hab Angst, dass die noch... Kannst du da einen Knopf oder so drücken? Das ist das Rote da. Hä? Kannst du da den... Aha. Jetzt ist hier das aufgegangen. Da ist irgendwas aufgegangen. Ah, das ist beim Anfang. Ja. Wir können ja jetzt da durch, weil wir waterproofed sind und des Tors... Ja. Okay, okay. Es war wichtig, dass du es gedrückt hast. Du machst das. Nee. Okay, ich mach das. Immer ich. Immer ich. Immer ich? Alter, was? Jetzt sind wir waterproofed. Wir sehen gar nichts mehr. Das muss man nur einmal anmachen. Das muss erst mal aus und dann, ja. Da könnte die Schlange noch sein. Hörst du nicht das Vieh? Scheiße, ja. Scheiße. Kommen wir zum Exit? Kannst du mich steuern? Ich versuch's. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Warum belügst du mich? Da links, glaube ich. Ich hör die Schlange. Ich glaub, die ist... Ich hör die Schlange. Die kommt von da, wahrscheinlich. Wohin? Wohin? Hier ist nur ein... Ich hab doch links gesagt. Links, ganz links. Das ist der einzige Ausgang hier. Aber das Problem ist, die konnte da sein, direkt um die Ecke. Ja, scheiße. Scheiße. Gibt's da irgendeine... Woh lang? Keine Ahnung. Von hier weiß ich es nicht mehr. Sag mir, woh lang. Sag mir, woh lang! Scheiße! Scheiße! Renn einfach, renn einfach! Da, da war die Schlange! Scheiße, Schlange und wie! Renn, 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 renn. Oh, Digga, was ist das für einer? Okay. Scheiße, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Das ist das Problem. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Genau in die andere Richtung. Digga, was ist das? Oh, Alter! Du musst da rum. Ah, Digga, Digga, das ist das für eine Schlange. Renn einfach! Wo lang? Ah, Digga, was ist das für eine Schlange? Alter, Alter, alle einfach! Alter, was? Drei Jumpscars hintereinander. Das war der Janet da noch. Alter, was? Ja. Jetzt alles von vorne. Ne, wir haben die Keycard und die Waterproof Camera. Geil. Also können wir einfach da durch, oder? Nein, Digga, wir müssen es wieder öffnen. Und dann müssen wir den Knopf noch drücken. Probier es mal. Ja, du hast recht. Scheiße. Warte, schau doch mal auf die andere Seite, ob da was offen ist. Wo, welche andere Seite? Okay. Wir müssen das Gitter hier öffnen. Du hast gar nicht nach links geschaut. Ja, wir müssen das Gitter öffnen. Scheiße, okay. Okay, diesmal führe ich uns zum Gitter und danach bist du total. dran. Was? Ich habe gefühlt mehr gespielt als du, diese Session. Nein. Doch. Nein. Zählt jetzt die Minuten zusammen, wie lange ich gespielt habe und wie lange Sascha gespielt hat. Und schreibt das genau auf. Dann schreibt es in die Kommentare. Team Sascha. Ne. Nix da. Warum nennst du mich jetzt so? Ich hab nix da gesagt. Ja. Hier ist nix. Ja. Die Jowskis. Ich hab wieder zurück. War ein Schlimm, gell? Drei hintereinander. Das ist auch die Viecher kommen. Das ist auch nix. Hier könnte was sein. Geh mal hier durch. Wieso bewegt sich das? Jetzt haben so Dinge an. Besessen. Okay. Geht's da noch weiter? Nee. Okay. Dann musst du wieder zurück. Lalalala. Hier läuft irgendwas. Lalalala. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Oh, Alter. Aha. Hallo. Okay. Was? Geh mal weg. Okay. Okay. Alter. Ich hab das Gefühl, das ist kein Freund. Freund? Nee, eben nicht. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Okay. Ah, jetzt bist du hier. Merk dir, das Dreieckding ist zu Hause. Okay? Ja. Ja. Ich versuche es. Dreieckding. Das kann es sein. Das kann es sein. Das kann halt sein, dass das Level komplett anders ist. Das ist auch komplett anders. Okay. Da hast du gerade eben schon geschaut. Von da komm ich her, oder? Nee, ich glaube eins weiter rechts kamst du her. Geh mal in die Rutsche. Wir haben doch schon alles. Ja, vielleicht kommst du da erst weiter. Ja, das ist immer gleich aufgebaut. Wir müssen wieder in den dunklen Raum. Ja. Also hier und dann links. Und dann hier in das rechte Ding. Alter Junge, Genius. Dein Taschenlamm ist fast aus. Okay, und hier ist der dunkle Raum. Und das linke bist du schon gegangen. Da kamst du gerade. Äh, bist du gerade rein gegangen. Okay. Okay. Ja, interessant, Digga. Da ist nix. Noch nix. Du machst das gut. Du machst das gut. Ja, so viele Sackgassen. Alter, was ist das denn? Okay. Du hast es geschafft. Denkst du? Ja. Codex Entry. Okay, sie haben uns richtig früh heute aufgeweckt. Die, der Alarm war richtig laut. Gymnasium. Aber dieses Mal war es anders. Okay. Diesmal waren es, äh, Soldaten, die sie aufgeweckt haben und nicht die normalen Caretaker. Die normalen Leute, die sich um sie kümmern. Äh, okay. Okay, ins Gym. Gymnasium. Ja, ins Gymnasium wurden sie gebracht, um für die Schule zu lernen. Ja, Freunde. Nein, der hat gesagt, irgendwie im tiefen Inneren hat er gewusst, dass irgendwas Schlechtes ihn da widerfahren wird. Luni? Luni. Ja. Das ist eine Währung. Und was ist eine Währung? Ah, lol. Luni und Toonies, glaube ich. Ich dachte, wir sind jetzt hier. Ist es Kanada oder ist es Australien? Schreibt sie jetzt in die Kommentare. Ich bin einfach nur durch. Oder? Ja. Okay, also müssen wir wieder zurück, ja. Ich weiß. Hat sich gar nicht gesummt. Ich bin immer noch so eine Säule. Ich bin wieder da. Scheiße. Alles gut, alles gut. Gut, der Tweet. Zack, da. Da gehst du wieder direkt zurück, weil es nicht die richtige Dings ist. Hier könnte es sein. Nee, okay. Aber da hängt irgendwas. Wollen wir lesen? Okay, wieder ein Entry. Ja, warum nicht? Alter, okay, da ist ja alles durchgestrichen. Ja, Mann. Are you kidding me? 6, 8, 6 Encounter. Ah, das ist dieser Freund, oder? Wenn er asked for a Level 3 Clearance of this document, you could have just said no. Das ist useless to us. Achso, weil alles durchgestrichen ist. Scheiße. Da geht es um diesen Freund. Aber man findet halt keine Informationen. Wir können darüber nichts mehr verstanden. Scheiße. Okay. Wieso ist da blaues Licht? Alter, Alter, Alter. Ist da ein Knopf oft in dem sein Mund ist? Ist das der Knopf? Nee, das ist nur eine Lampe, okay. I hear it whispering. Ach ja, 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 ich auch. Wie sind hier so viele? Wie läuft das da aus? Ist noch ein Zettel? Und ein Looney. Alter, ja. Oder ist das ein Tooney diesmal? Looney. Ever changing. Ever changing superstructure. Malevolent intent close proximity to our opus critical areas. Okay, ja, keine Ahnung. Und James Harris, Senior Researcher. Ja, das sind halt Dokumente zu den Sachen, die man hier vorfindet. So ein bisschen. Aber vieles davon ist halt eben durchgestrichen. Die ganzen wichtigen Informationen eigentlich. Welcher Sinn, Mann. Da ist die Treppe. Ich höre was. Da hinten ist es. Ich höre was. Ah ja. Okay. Warte, ich muss mir ganz kurz mehr. Hier hin. Gegenüber, glaube ich, oder? Gerade hier. Ja? Welches Dreieck ist es? Das da. Das da? Okay, okay, easy. Dann vertraue ich dir. Also gegenüber einfach. Ja. Also gegenüber rechts. Ich würde die Treppe holen, gell? Weil wenn das Viech dann langsam zu dir kommt, dann bist du gearscht. Ja. Keycard. Bist du bereit? Ja. Kannst du jetzt schon drauf? Willst du es riskieren? Okay. Macht das Sinn? Gar nicht. Da kommt's. Da kommt was. Da kommt was! Hallo? Ja. Bist du noch da? Ja. Dann reagier doch. Drück auf den Knopf. Das Ding haben wir schon. Digga. Auf den Knopf hinter der Treppe! Da musst du nix mehr machen! Chill, chill, chill. Digga, wie kann man so... Du setzt mich nicht auf den Druck, Mann. Was war das? Oh, was da? Ja? Was? Was ist? Erzähl. Wie kann man so unfähig sein? Chill doch. Ja, ist okay. Du hast ja geschafft. Wieso bist du so böse? Wenigstens schreibst. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so seid. Ich mach das jetzt zu Ende. Oder ob Sascha vielleicht sich mal... Okay? Okay, okay, okay. Dann sag ich nie wieder was. Wir müssen zum Anfang zurück. Du musst jetzt gegenüber hin und dann haben wir es fast geschafft. Wo machst du da hin? Ja. Ist da gerade was durchgekommen? Ich würde jetzt alles verfolgen. Alles. Sah so aus, ne? So. Da ist doch die Schlange, ja? Ist sie da? Soll ich Sneaky probieren, oder? Boah, keine Ahnung, Bruder. Du sagst, du schaffst es. Da war auf jeden Fall was, oder? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Aber es kann auch an meiner Helligkeit liegen. Ich höre auf jeden Fall was. Da ist sie. Da ist sie. Ja, ja, ich. Ich würde durchrennen. Okay, gut. Das ist gut. Alles gut, alles gut. Du musst Türen öffnen, das ist das Problem, ne? Die Tür ist kaputt. Warum? Du kommst da nicht durch, oder? Doch, doch. Mach sie weg, mach sie weg. Hast du gesehen? Schnell. Schnell. Ja, ja. Ich hab's gesehen, ja, ja. Du bist ganz schön stark, Digga. Danke. Renn, 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 renn. Ich möchte mich auch bitten, der dir ist. Jetzt musst du mich losziehen. Bitte, 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 schaff es. Bitte, schaff es. Links. Rechts. Hier, geradeaus. Und dann links. Ganz am Ende des Ganges links. Geh doch auf den Dings. Da bist du schneller. Im Wasser bist du langsamer. Die Kamera noch aktivieren. Und durch. Bitte, 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 bitte. Wir haben es geschafft. Noch haben wir es nicht geschafft. Wir sehen nichts. Ich seh nix. Ich seh nix. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Scheiße, das passiert noch was, oder? Nein, nein, wir schaffen es. Komm, Aufzug. So ist wie ein Aufzug, Digga. Wär geil, wenn jetzt hier noch was kommt. Nee, wär nicht geil. Geh einfach, geh einfach. Verschwinde. Freunde, ihr habt gesagt, ich schlafe es nicht. Lass mich draufdrücken. Lass mich draufdrücken. Ich hab doch die Ehre. Okay, ja, du hast die Ehre. Jetzt verpackst du es. Hör auf, hör auf, bitte. Okay. Ah, lol. Alter, wir haben es einfach durchgezogen. Das war es schon. Stay tuned, Freunde. Oh, Digga. Oh. Okay. Be sure to try Custom Mode for an even bigger challenge. Okay. Custom Mode. Alter, das sind dann... Alter, du kannst die alle an- oder ausschalten. Aha. Sollen wir mal eine Runde spielen, wo alles an ist, Freunde? Man schreibt das jetzt. Hell, Deuter. Alter. Whispering Worm. Das war der von gerade eben. Und der Fragezeichen ist wahrscheinlich der, wo wir keine Informationen zu haben, oder? Screecho the Clown? Den kenn ich gar nicht. Stimmt, ja. Alter, hast du Bock? Vielleicht, wenn die... Wenn... Wie viele Likes? Warte, bei 300 Likes! Spielen wir das nochmal? Mach die Glocke aktiv! Hey, 320. Alter. 320 Likes. Wir müssen jetzt ein bisschen höher machen. Ne, 305. Alter, nur... Ja, okay. 305 Likes. Ja, Mann. Schickt dieses Video an alle eure Freunde und sagt ihnen, dass sie liken sollen. Und dass sie Horrorspiele spielen sollen. Und der... Ja. Ja, gut. Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Und abonniert uns. Und ein Abonnement. Genau, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Sascha und Leon. Leon. Spielen. Horror. Tschüss. 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 Tschüss.